Ja, es bedarf eines Disclaimers, worum es hier eigentlich geht. Also, das ist ursprünglich mal geplant gewesen, als mein üblicher Jahresrückblick, wie war denn das vergangene Jahr für die Natur, dann hat sich herausgestellt, dass ich total Bock habe, mal über die Wassersituation zu reden und deswegen reden wir jetzt größtenteils über Niederschläge, was die dann zu Verfolgewirkungen haben und wie viel davon und was davon im Grundwasser landet und wie der überhaupt der aktuelle Stand zu unserem Grundwasser eigentlich ist und ob das ein Grund ist, sich vielleicht mal eventuell Sorgen zu machen. Spoiler, ja, kann man schon, das ist nicht ganz unangemessen. Grob zusammengefasst, wir haben in 20 Jahren einmal die Wassermenge des Bodensees verloren und so schnell kommt das nicht nach. Selbst bei den Niederschlägen, die wir die letzten Monate gehabt haben, dürfte das sehr lange dauern, bis die Wassermenge wieder aufgefüllt ist, so sie denn überhaupt aufgefüllt wird, weil das nächste Dürrejahr kommt wahrscheinlich schon. Also, deswegen beschäftigen wir uns jetzt hier eben einmal mit dem vergangenen Jahr und was da niederschlagsmäßig so passiert ist. Das ist im ersten Teil des Videos der Fall und danach beschäftigen wir uns dann eben ausführlich mit, wie entsteht überhaupt Grundwasser, wie funktioniert Grundwasser und was machen wir alles falsch, wenn es darum geht, dass unser Grundwasser sich bitte wieder auffüllen möge und welche Probleme es da so eben gibt. Ja, das Ganze mit Schnupfen, Ben. Da ich das zu verschiedenen Zeiten aufgenommen habe, ist die Nasensituation unterschiedlich. Es könnte also sein, dass ich immer so ein kleines bisschen unterschiedlich klinge. Des Weiteren ist das Ganze eine Diashow, das heißt, ihr kriegt einen Haufen Karten und Schaubilder zu sehen, hin und wieder auch mal einen kleinen Text-Zitat-Auszug. Und ja, das bedeutet, wesentlich ist eigentlich das Audio. Ihr solltet aber zwischendurch trotzdem mal auf dem Bildschirm gucken, um mal mitzubekommen, worüber ich denn jetzt gerade rede. Zu sehen bin ich aber tatsächlich nirgends und nie. Ist ein bisschen zäh vielleicht, aber dem Thema angemessen und ja, im Grunde ist es eine Vorlesung. Und ja, wer da Bock drauf hat, viel Spaß und ihr lernt hoffentlich was Neues. Und wer nicht Bock drauf hat, das ist auch vollkommen in Ordnung, da kann ich absolut mit leben. Es ist ein trockenes Thema, obwohl es eigentlich ein nasses Thema sein sollte. Aber es ist eben nicht nass genug und deswegen trocken. Hahaha, ja, damit legen wir los und ja, viel Spaß. So, das hier, das ist ein Auszug aus dem Dürre-Monitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, vom UFZ, das Umweltforschungszentrum, eben vom Helmholtz-Institut. Und die haben dankenswerterweise vor ein paar Jahren den Dürre-Monitor erschaffen, unter vor allem Schirmherrschaft vom Herrn Marx, der sich um den kümmert, der dazu auch sehr interessante Interviews gibt, wer das mal googeln möchte. Und jawohl, das ist ein hervorragendes Tool, außerordentlich nützlich für denjenigen, der sich ein bisschen mit dem momentanen Wasserzustand in Deutschland auseinandersetzen möchte. Und er gibt uns statistisch an, wie stark die aktuelle Dürresituation in der jeweiligen Bodenschicht, nämlich links Gesamtboden bis 1,80 Meter Tiefe, in der Mitte Oberboden bis 25 Zentimeter Tiefe. Das ist wichtig, weil vor allen Dingen für das Agrar, für Agrarstrukturen ist das interessant, weil die meisten Ackerpflanzen halt eben nur Wurzeln haben, die so etwa bis auf diese Tiefe kommen und nicht viel tiefer. Und dann wäre da noch rechts das pflanzenverfügbare Wasser im Gesamtboden im Übrigen anzugeben, das uns angibt, wie viel Wasser für Pflanzen, die jetzt krass Photosynthese machen wollen würden, was momentan gerade wenig der Fall ist, weil wir Winter haben. Aber theoretisch könnten sie jetzt volle Kanne loslegen und würden jede Menge nutzbares Wasser finden, das die Pflanzen nutzen können. Also das mal ganz, ganz grob formuliert. Normalerweise sieht so ein Dürre-Monitor-Bild, also das links mit ein paar farbligen Flecken, sieht normalerweise in den letzten Jahren eigentlich fast immer eher anders aus, nämlich zum Beispiel so. So, da gibt es jetzt auch mal ein bisschen was zu sehen. Also, das ist jetzt hier wieder der Gesamtboden, also bis 1,80 Meter Tiefe und wir gucken uns hier gerade die Situation, die durchschnittliche Situation über den gesamten Juli an. Juli 2023. Und da stellen wir fest, ja doch, Farbe ist durchaus gegeben. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal das oberste Oberbayern angucken, sprich die Alpen, da haben wir das dunkelste Rot. Das ist also eine extreme Dürre, beziehungsweise außergewöhnliche Dürre. So trocken ist es statistisch gesehen, und so kommen diese Werte nämlich zustande, an unserem Stückchen Alpen, was wir denn in Deutschland überhaupt haben, quasi so gut wie fast nie oder zum ersten Mal. Das sind so, also dieses dunkelste Rot, das gleiche übrigens auch in Mecklenburg-Vorpommern an der Küste zur Ostsee. Das ist wirklich eine Rotfärbung, die bedeutet, da ist es derzeit wirklich sensationell trocken. Und man hat eben in den vergangenen Jahren der Wetteraufzeichnungen so gut wie nie Werte gemessen, bei denen es so trocken gewesen ist. Also der Dürre-Monitor gibt jetzt nicht konkret an, es fehlt so und so viel Wasser in Litern, sondern er gibt eben statistisch an, dass das Trockenheitsniveau ein Level erreicht hat, wie es eigentlich in der Vergangenheit so gut wie nie vorgekommen ist. So funktioniert der Dürre-Monitor. Man hätte das natürlich vielleicht eventuell auch anders machen können, dass man da tatsächlich einen absoluten Wert angibt. Das Dumme ist nur, die Abwesenheit von Wasser lässt sich schlecht als absoluter Wert angeben. Die Anwesenheit von Wasser, das ist einfach. Da kannst du deinen Wert angeben, so und so viel Wasser ist da. Das sehen wir auch bei der blauen Karte, die wir gerade gesehen haben. Hier rechts im Bild, die gibt eben tatsächlich an, wie viel Wasser da ist, und zwar in Prozent der nutzbaren Feldkapazitäten. Prozent NFK. Die nutzbare Feldkapazität, das ist der Bereich des Bodens, in dem Wasser gespeichert werden kann, das dann hinterher für Pflanzenwurzeln einfach aufgenommen werden kann. Es ist also wirklich die akute Wasserverfügbarkeit für die Pflanze, aus Sicht der Pflanze sozusagen. Und alles, was hier in irgendeiner Form blau ist, ist wunderbar, und keine Pflanze, die wir in Deutschland so haben, sollte irgendein Problem mit Wassermangel haben. Völlig egal, ob Mais, Weizen, Schneeglöckchen, Buchweizen, oder Buche. Also völlig Wurst durch alle Pflanzengruppen verteilt, haben wir diesen Wert, geht es allen Pflanzen gut. Ist die Karte also blau, ist alles bestens. Das in Prozent anzugeben, ist deswegen sinnvoll, weil eine Literangabe wenig aussagt, wie viel denn der Boden an Wasser überhaupt speichern kann. Weil wenn der Boden zum Beispiel überhaupt kein Wasser speichern kann, und da sind gerade sieben Liter drin, dann wäre das eine massive Überschwemmung, und nichts kann da gerade wachsen, weil der Boden derart überschwemmt ist, dass keine Pflanzenwurzel Sauerstoff aufnehmen kann, die Pflanzenwurzeln langfristig auch sterben würden. Das ist also keine gute Situation, hier jetzt sieben Liter hinzuschreiben. Woanders, wo der Speicher groß ist, wo der Boden potenziell viel Wasser aufnehmen könnte, wäre sieben Liter dann wieder ein beschissener Wert, weil der Boden eigentlich 200 Liter aufnehmen könnte. Und dann ist sieben so gut wie leer. Und daher ist es eben schwierig, hier mit einem absoluten Wert um die Ecke zu kommen, und daher ist ein relativer Wert wie eben eine Prozentangabe erheblich hilfreicher. Ja, zurück zu unserer Karte, die wir hier sehen. Nochmal, die Intensität des Rots gibt einfach die Seltenheit des Dürreereignisses an. Und man hätte es nicht für möglich gehalten, nachdem wir ja empfundenermaßen, und das ist ganz wichtig, die Empfindung, dass es furchtbar viel geregnet hat letztes Jahr. Die haben wir ja alle, aber trotzdem hat es eben nicht so furchtbar viel geregnet, dass es gereicht hat, dass die ganze Karte zumindest nicht im Sommer hier einmal weiß gewesen wäre. Sie ist ja auch heute noch nicht komplett weiß, trotz der wirklich, wirklich vielen, vielen Niederschläge. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, weshalb wir jetzt diesen Beitrag hier eigentlich machen, uns über dieses Thema unterhalten, unterhalten, weil Wasser das versickert und das irgendwann mal den Boden nass macht. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Die Dürre kommt nicht von jetzt auf gleich. Es ist nicht heiß und zack ist Dürre und es ist nicht mehr heiß und zack ist Dürre vorbei, sondern der Boden trocknet ganz langsam und allmählich aus. Das ist im Jahr 2018 und 2019 intensiv passiert. Im Jahr 2020 ist es jedenfalls nicht besser geworden. Und seitdem, 2022 war übrigens auch noch mal ziemlich scheiße, aber 2021 war ganz okay und 2023 war ja jetzt wirklich hydrologisch gesehen ein Erholungsjahr, wo wirklich vieles sich wieder aufgefüllt hat, wo netto definitiv jetzt mehr Wasser da ist, als noch vor 2023. Insbesondere der Winter 2022, 2023, da hat es auch schon ziemlich ordentlich geregnet, gerade auch in einer Intensität, die nicht ausgereicht hat, um Dinge zu überschwemmen, aber eben den Wasserspeicher des Bodens ein wenig wieder aufzufüllen. Aber wie gesagt, das sehen wir dann gleich noch ein wenig. Ich möchte euch nur halt dieses Bild hier noch mal vor Augen halten, damit euch klar wird, die Böden sind trotzdem immer noch tendenziell trocken und auch wenn heute keine Dürre mehr herrscht, kann der Zustand der Dürre sehr schnell wieder zurückkehren. Es herrschte auch im Januar, nämlich tatsächlich, also 2023, keine Dürre mehr. Sehen wir gleich. Also hier mal der Februar von 2023. Da sieht man, dass man also über den Winter schon deutliche Rückgänge in der Dürre festgestellt hat, wie das zum Beispiel noch 2022 der Fall war. Also ich kann euch verraten, oder es jetzt groß einblenden zu wollen, dass 2022 mehr oder weniger das ganze Jahr über ganz intensiv rot gefärbt gewesen ist. Es sieht ähnlich schlimm aus wie 2019 beispielsweise. Also kaum nur Nuancen besser als beispielsweise 2019. Man hat es in der Vegetation nicht so sehr gemerkt, weil viele Sachen schon kaputt waren, einiges schon bereits an Anpassungsprozessen stattgefunden hat und insgesamt die Temperaturen nicht ganz so hoch waren. Und ja, vor allen Dingen, was halt schon tot war, kann ja nicht nochmal sterben. Und das sind immer erst, die ersten, die gestorben sind, 2018, waren halt die schwächsten und die waren dann weg und was übrig geblieben ist, war offensichtlich besser angepasst und ist jetzt im Folgenden immer noch besser angepasst. Beziehungsweise wir haben jetzt eine neue Gesamtpopulation von Pflanzen, die zumindest nur noch aus denen besteht, die in der Lage waren, 2018, 19, 20, also diese drei Dürrejahre in Folge, zu überleben. Das bedeutet, dass aktuelle, ja die aktuelle Population an Pflanze in Deutschland ist schon die überlebende Population sozusagen. Das heißt, es sind nur noch die stärksten übrig. Natürliche Selektion, wenn man das natürlich nennen möchte, hat da also schon dafür gesorgt, dass die aktuelle Pflanzenbewuchs, dass der aktuelle Pflanzenbewuchs härter im Nehmen sein dürfte. Er ist natürlich auch mehr geschädigt, aber prinzipiell härter als das, was bereits tot ist. Also das darf man in solchen Situationen niemals vergessen. Aber jedenfalls sind wir einigermaßen trocken durch den, beziehungsweise nass durch den Winter gekommen. Insbesondere die Südhelfer, von Deutschland, wie man hier unschwer erkennen kann, ist relativ nass gewesen. Im Norden gibt es noch einige dunkle, dunkelrote, zum Teil auch Flecken mit außergewöhnlicher Dürre. Dabei darf man jetzt auf keinen Fall vergessen, was wir uns jetzt hier angucken. Das möchte ich nochmal wirklich deutlich betonen. Ist ja der Gesamtboden bis 1,80 Meter Tiefe. Betonung auf bis. Bis. Nicht jeder Boden, den wir in Deutschland haben, insbesondere zum Beispiel der Boden in den Gebirgen, wenn ihr euch den Harz rausguckt oder den Schwarzwald rausguckt oder von mir aus dem Bayerischen Wald rausguckt oder die Alpen rausguckt. Das sind Regionen, die haben gar keinen 1,80 Meter tiefen Boden. Trotzdem haben sie Boden, aber da ist natürlich eine Angabe bis 1,80 Meter Tiefe eine andere als zum Beispiel der ewige Sandkasten Niedersachsen oder der ewige Sandkasten Brandenburg, die Böden haben, also theoretisch, irgendwann hört es dann auf dem Boden zu sein, weil es dann einfach so weit unten ist, dass da andere Bedingungen herrschen, aber da besteht der komplette Boden nur aus Sand. Da kannst du auch tiefer als 1,80 Meter buddeln, problemlos, weil es halt ein riesiger Sandkasten ist. Und in 1,80 Meter Tiefe im Sandkasten, da kann durchaus noch enorme Dürre herrschen, auch wenn die Niederschläge woanders, beispielsweise im Schwarzwald, schon längst ausgereicht haben, um die 30, 40 Zentimeter Boden, die es da überhaupt nur gibt, in Teilen, manchmal sind es schon noch ein paar mehr, relativ schnell nass zu machen. Das darf man also auf keinen Fall vergessen, dass hier einfach die Voraussetzungen durch die Ungleichmäßig-Verteilung der verschiedenen Böden in Deutschland ganz unterschiedliche sind und daher also eine langfristige Dürre, ein vollständiges Austrocknen des gesamten Bodens auf 1,80 Meter. Jetzt seht ihr hier noch mal die aktuelle Situation, man beachte, insbesondere zum Beispiel Ostsachsen, da gibt es durchaus tiefgründige Böden und die sind halt derart durchgetrocknet gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch auch, dass insbesondere Sachsen, je östlicher, desto schlimmer, in 2018 und 2019 eine riesen Problemzone gewesen ist, die extremste Dürre hatte, die es da wahrscheinlich seit jemals gegeben hat und davon sind halt immer noch Reste vorhanden und kleinere Eckchen, bei denen es halt noch nicht gereicht hat, auch wenn da jetzt Regen gefallen ist und ja, um da hinzukommen vor allen Dingen, weil es sind ja mitunter auch kleinräumige Sonderstrukturen, dass also sozusagen der rote Fleck hinter einem Berg liegt. Also nehmen wir mal an, das Wetter kommt von Nordwesten, das tut es nämlich auch. Nordwesten ist so die Hauptwetterrichtung, eigentlich eher Nordwestwest ist so die Hauptwetterrichtung, in dem, wo man sich in Deutschland befindet, aus der das Wetter kommt. Hat man jetzt zwischen Wetter und dem Tal, in dem große Dürre herrscht, zum Beispiel einen Bergstehen und der Berg steht eben genau in der Richtung, aus der das Wetter kommt, dann wird das Wetter an dem Berg hängen bleiben, auf der falschen Seite vom Berg abregnen, damit also wegfließen von dem Dürretal, das wir hier beobachten können und rein zufällig ist dieses Dürretal quasi der Windschatten vom Erzgebirge, zum Teil, zum Teil zumindest. Das Dürretal, da kann ich die Geografie besser beurteilen, was man im Schwarzwald sehen kann, also in Baden-Württemberg, im unteren Südwesten, da gibt es ja auch einen Bereich, wo immer noch Dürre herrscht, das ist der Windschatten der höchsten Berge der Vogesen, die verhindern, also das Gebirge in Frankreich, das quasi parallel zum Schwarzwald verläuft und das verhindert, dass eine Wolke, die vom Atlantik kommt, über Frankreich fliegt, in den Schwarzwald möchte beziehungsweise den Rest von Süddeutschland möchte, die muss erst mal über die Vogesen drüber, dummerweise bleibt sie an den Vogesen häufig hängen, regnet dann ab, um weiter aufzusteigen, enthält dann weniger Wasser, fliegt über die komplette Rheinebene, da wo es rot ist, der kleine rote Fleck, drüber, um dann am Schwarzwald noch mal ein bisschen Wasser zu verlieren, weil da kommt dann die Feldbergregion, die ist noch mal höher als die Vogesen und das heißt, da regnet es wieder, da haben wir also keinen roten Fleck mehr und dann zieht sie übers Land und verliert nach und nach hier mal ein bisschen Wasser, da mal ein bisschen Wasser und so weiter und so weiter, bis sie irgendwann gegen die Alpen knallt und spätestens da ist es dann nass. Das führt aber eben dazu, dass wir eben Schwarzwald im Regenschatten dieser Vogesen eine schon immer trocken gewesene Region haben, die aber in den letzten Jahren besonders, besonders trocken geworden ist und eigentlich der Dürrefleck auf der Dürrekarte nie mehr verschwunden ist seit 2018 und das ist der Kaiserstuhl. Das ist zudem außerdem noch die wärmste Ecke Deutschlands, schon immer gewesen und jetzt ist sie gleichzeitig, sie war auch schon immer sehr, sehr, sehr trocken, nicht unbedingt die trockenste Ecke, aber jetzt ist sie in Kombination der Wärme und der Trockenheit eben wirklich ein Sorgenkind geworden. Wir kriegen da ein ganz, ganz spezielles Klima, das heute schon sehr mit dem Mittelmeer vergleichbar ist und das wird vielleicht irgendwann auch noch mal ein noch mal extremeres Klima werden. Der Kaiserstuhl ist außerdem extrem interessant, was die Geologie angeht. Wir haben also vielfältigste Lebensmöglichkeiten für Pflanzen und für Tiere, die da vorhanden sind und das wird eine sehr spannende Ecke werden. Und andere ähnliche Gründe werden auch bei allen anderen roten Flecken, die ihr jetzt hier sehen können, vorliegen, weshalb da immer noch rote Flecken entsprechend in der Karte zu sehen sind. Das sind also regionale Besonderheiten, die dazu führen, dass bestimmte Flecken von Deutschland bei der momentanen Großwetterlage einfach so gut wie keinen Regen abbekommen haben oder jedenfalls zumindest sehr viel weniger Wasser haben als sonst. Nochmal möchte ich betonen, es handelt sich hier um einen Durchschnittswert im Vergleich zu den anderen Jahren. Es ist nicht so, dass jetzt im Winter gerade im Kaiserstuhl furchtbar trocken wäre und du da hingehst und vor Wassermangel tot umfällst und schwitzend in der Sonne liegst, sondern das ist nur so, dass es normalerweise am 16. Januar halt, beziehungsweise im Januar da etwas nässer wäre. Also absolut mag der Unterschied nur gering sein, aber es ist trotzdem verdächtig, dass es trotzdem noch rote Flecken auf der Karte gibt, die sich eben durch besonderen Wassermangel im Vergleich zu immer sozusagen hervortun. Ja, so. Also nur damit wir jetzt mal grob verstanden haben, wie der Dürremonitor funktioniert. Ich möchte noch mal betonen, die mittlere Karte, der Oberboden, der schon seit Monaten leer ist, also da ist auf der Karte nichts drauf, spätestens seit Oktober, liegt daran, dass eben seit Oktober der Oberboden zumindest, ja, nicht die tiefsten Tiefen, sondern der Oberboden, wo das Wasser am schnellsten hinkommt, wirklich nass geworden ist. Also auch die Regionen, die in der Gesamtbodenkarte noch rot sind, die sind ja vom Oberboden her bereits nass. Und das Wasser, was im Oberboden jetzt heute schon drin steckt, das fließt wohin? Naja, vermutlich in die Tiefe, sofern es dann eine Tiefe gibt und eine Tiefe muss es geben, weil sonst wäre die Tiefe ja schon nass. Also dürfen wir davon ausgehen, dass der Trend einfach aufgrund der Durchnässung des Oberbodens, insbesondere zum Beispiel in Nordostdeutschland, wie wir hier auch auf der blauen Karte schön sehen können, der Trend geht definitiv in die Richtung, dass auch auf der Gesamtbotenkarte es momentan so aussieht, als würden die letzten roten Flecken da auch noch verschwinden. Und übrigens sind gelbe und orangene Flecken schon auch nicht so schlimm. Da muss man sich jetzt keine großen Sorgen drum machen. Also wirklich diese ganz paar roten roten Fleckchen, die sind, ja, Sorgen muss man sich um die auch nicht machen, außer dem Kaiserstuhl vielleicht als Sonderökosystem, aber sonst wird das da auch wieder besser. Gut, jetzt gucken wir uns als Übersicht doch einfach mal an, nachdem wir ja nach wie vor das Gefühl haben, das letzte Jahr war so furchtbar nass, den Durchlauf der Jahre, der Monatswerte im Dürremonitor für den Gesamtboden. Also den Oberboden brauchen wir uns nicht anschauen, weil der ist die ganze Zeit nass, mehr oder weniger. Da gibt es auch ein paar Fleckchen drauf, die Dürre anzeigen, aber das ist zu vernachlässigen. Wir gucken uns den Gesamtboden an. So, also das Datum seht ihr jeweils oben links eingeblendet und ja, tatsächlich sind wir aus 2022 kommend, wie gesagt, das war ja auch noch mal ein gutes Jahr, sehr, sehr, sehr wenig Dürre belastet, fast so gut wie aktuell gerade. Das passt also ungefähr, wir waren vor einem Jahr in etwa da, wo wir dieses Jahr auch schon sind, mit dem kleinen Unterschied, dass es eben noch einige gelbe Flecken mehr gibt und dann hat es auch den Januar über mehr oder weniger kaum noch geregnet und es gab vor allen Dingen zu wenig Schnee. Schnee ist ganz wichtig für eine langfristige Wasserversorgung, weshalb es im Februar eben noch mal deutlich an Röte zugenommen hat und die Dürresituation eher zunahm. Das war im März genau dasselbe Problem. Auch da fehlt im Grunde der Schnee, der dann da schmilzt, gerade in den Gebirgsregionen in Süddeutschland, wäre schmelzender Schnee im Grunde was, was zumindest in den 70er Jahren, 80er Jahren noch so regelmäßig stattgefunden hat, dass es die Natur sozusagen noch gewöhnt ist beziehungsweise der langjährige Durchschnitt das Ganze noch gewöhnt ist. Der April war ausnahmsweise mal recht nass, das heißt da hat sich die Situation insgesamt wieder ein wenig verbessert, wobei wir auch sagen müssen, was wir hier sehen, sind ja jeweils die Werte sehr langsam, dass die langsame Zunahme der Feuchtigkeit, wenn es in der Vergangenheit geregnet hat, das dauert so etwas zwischen zwei und acht Wochen, je nach Boden, bis das vor kurzem gefallene Wasser sozusagen überhaupt in der Tiefe angekommen ist. Es sei denn, es verdunstet vorher und da sind wir jetzt im Sommer angekommen, selbst wenn es im Sommer regnet, muss das Wasser erstmal in der Bodentiefe ankommen, weil in vielen Fällen ist einfach durch die hohe Temperatur ein Großteil des Niederschlags verdunstet, bevor er überhaupt tief im Boden versickern kann. Da geht also nicht jede Menge verloren und netto muss es im Sommer schon sehr viel regnen, vor allen Dingen Starkregenereignisse wie Gewitterregen geben, damit die Wassermenge, die kurzfristig mal runterkommt, überhaupt in der Lage ist, so weit zu versickern, ohne zu verdunsten. Haben wir nur kleine Niederschlagsereignisse im Sommer, die nur punktuell sozusagen hier und da mal ein paar Tropfen stattfinden, dann ist das quasi für die Tiefe des Bodens überhaupt kein Niederschlag. Das macht also gar keinen Unterschied. Das ist für die Pflanzen im Oberboden durchaus erstmal ein Vorteil, erhöht auch kurzfristig erstmal die Menge an Pflanzenverfügbarem Wasser, aber an der langfristigen Dürresituation des Unterbodens in der Tiefe ändert das erstmal nichts. Das hat dann natürlich auch Konsequenz fürs Grundwasser, dazu kommen wir dann später aber auch noch, deswegen mache ich ja diesen Beitrag, weil wir auch mal über Grundwasser reden wollen. Also oben der Oberboden, da findet der ganze Lebensprozess statt. Da wird Wasser verbraucht durch Pflanzen. Was die Pflanzen nicht verbrauchen können, das landet hier im Gesamtboden, bedeutet, ist der Verbrauch der Pflanzen gleich der Verfügbarkeit von Wasser, dann wird im Gesamtboden nichts nasser. Nur wenn wirklich mehr Wasser runterkommt, als die Pflanzen verbrauchen können oder als abfließen kann durch Flüsse und so weiter, da gibt es natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen, dann kommt überhaupt unten was an, der Gesamtboden wird nur dann nasser und erst wenn der Gesamtboden nass ist, um das mal davor wegzunehmen, dann können wir darüber reden, ob überhaupt mal wieder irgendwelches Wasser im Grundwasser ankommt. Und das führt zu Problemen, wie wir nachher noch hören werden, obwohl es ein sehr gutes Jahr gewesen ist, 2023. Für den Wasserhaushalt von Deutschland ein wirklich hervorragendes Jahr, könnte man noch fünf davon brauchen. Das wird uns nicht gefallen, mir hat es auch zu viel geregnet und ich wusste auch manchmal nicht, jetzt wäre mal wieder ein trockener Tag ganz schön, aber ich musste mir immer einreden, die Natur braucht den Regen, weil die Natur braucht den Regen tatsächlich und vor allen Dingen brauchen auch wir den Regen, weil, drehen wir den Wasserhahn auf und der holt Grundwasser aus tiefsten Tiefen und in den tiefsten Tiefen ist irgendwann nichts mehr, dann würden wir spätestens dann wirklich ein großes Problem haben. Drum eben, wie gesagt, auch dieser Beitrag. Aber wir machen weiter mit dem August. Ja, und im August geht es im Prinzip weiter, wir haben also keine nennenswerten zusätzlichen Niederschläge bekommen in der letzten Zeit, dafür ist oben langsam die Verdunstung ordentlich am Wasser verbrauchen und damit nimmt die Dürre-Tendenz eher wieder ein wenig zu, bis dann im September, beziehungsweise Ende August, das sehen wir aber noch an anderer Stelle gleich, mal so richtig es losging mit der gewaltigen Niederschlagsphase, die im Grunde bis vor kurzem angehalten hat und wir wissen nicht genau wie es jetzt die nächsten Monate beziehungsweise Wochen werden wird, das ist jetzt Wettervorhersage, aber ab September, insbesondere der Oktober, war sehr, sehr, sehr nass, gerade auch im Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen hat festgestellt, dass auch massive Zuwächse beim Grundwasser festzustellen waren im Oktober, wenn auch natürlich noch nicht ausreichend, aber Niedersachsen hat da auch jede Menge abbekommen und da hat sich dann langsam schon die Situation angebahnt, die dann zu den Überschwemmungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen später führen sollte, es wurde dann zwar nochmal ein klein wenig trockener, aber auch nicht unbedingt in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, sondern eher mehr in anderen Ecken und spätestens dann ab Dezember hat es dann angefangen, so richtig, richtig runter zu machen, das ist jetzt hier der Wert für den 1.1., aber das ist quasi die Dezember-Werte mit drin und seitdem haben wir eben diese gesättigte Situation, die ich euch auch schon bei der aktuellen Aufnahme mehr oder weniger so gezeigt habe. Ja, ich möchte nochmal betonen, dass der Dürre-Monitor eben keine relative Werte enthält und nicht absolute Niederschlagswerte, wie viel Wasser denn überhaupt runtergekommen ist, weil das ist natürlich dann schon auch entscheidend, wo soll das Wasser herkommen, wenn nicht Regen und wenn es halt wenig regnet, dann kann auch eben kein Wasser im Grundwasser landen, weil bei deutlich zu wenig Regen das Wasser gar nicht ausreicht, um den Gesamtboden so weit nass zu machen, dass da irgendwas ins Grundwasser gelangen könnte. Umso wichtiger ist dann der Grundwasserspeicher, damit wir weiterhin Wasser haben, jetzt tatsächlich einfach aus rein einem Egoismus, um duschen zu können, um aus dem Hahn trinken zu können oder was auch immer zu können. Das hier ist 2018, die Niederschlagsumme 2018 für das gesamte Jahr und Jahre mit besonders wenig Niederschlag beziehungsweise Ecken, Messstellen mit besonders wenig Niederschlag sind in diesem Pink gehalten und das ist hier quasi fast überall. 2018 dürfte, ich weiß nicht, ob es das trockenste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Deutschland gewesen ist, in einigen Regionen sicher. Es war zum Zeitpunkt kurz das heißeste, bis ein anderes Jahr es wieder übertroffen hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob 21 oder 19 heißer war oder 22 heißer war, aber Top-Werte, schlimmster Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnung gibt es quasi jedes Jahr, je nachdem, in welcher Region man sich befindet. Aber ihr könnt jedenfalls dieser Karte entnehmen, dass wirklich viel, 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 viel zu wenig Niederschlag im Jahr 2018 gefallen ist und dementsprechend rot war auch der Dürre-Monitor, das habe ich euch jetzt nicht eingeblendet, weil irgendwann wird es auch zu viel, aber da ist also gar nichts runtergekommen. 2019 zwar besser, aber halt noch stark vorbelastet durch die Schäden aus 2018. Die Karten hier sind übrigens von der hervorragenden Wetter-Internet-Seite wetterkontor.de, wo man sich eben nicht nur Wettervorhersagen holen kann, sondern eben auch vergangene Werte, also historische Werte, was, wann, wie, wo runtergekommen ist und da gibt es unter anderem diese tollen Karten, die kann man sich einstellen, wie man das haben möchte. Schaut da gerne mal vorbei, herzlichen Dank für die Genehmigung, diese Karten hier für meine Videos verwenden zu dürfen. Ansonsten eine große Kooperation haben wir nicht, außer dass ich natürlich sage, was die Quelle hier für gewesen ist. Das ist also wirklich toll, es geht sehr einfach zu bedienen, kriege also auch ich hin, bin da immer wieder begeistert und gucke da immer wieder gerne vorbei, also ehrlich, ganz, ganz, ganz ehrlich, es kostet auch kein Geld, es gibt bloß ein paar kleine Werbeanzeigen, die kann man auch wegklicken, wenn sie einen nerven und dann kann man die Karte so lange anstarren, wie man lustig ist. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls, das ist 2019 und da kann man grob sagen, bis auf die Regionen, die auch heute noch teilweise Dürreflecken aufweisen, nämlich hier Erfurt, Leipzig, Cottbus, Dresden, Klotsche, das sind so die Ecken, die gerade 2019 sich mit extremer Dürre herausgestellt haben, der Rest von Deutschland war so einigermaßen normal, das sieht man auch an schwarzen Zahlen, ein bisschen unter langjährigem Durchschnitt, aber halbwegs normal zumindest und in Nordwestdeutschland, also ganz, ganz Nordwestdeutschland, also quasi Auswirkungen der Küste, da haben wir sogar ein bisschen überdurchschnittlichen Niederschlag, aber insgesamt war 2019 gar nicht mal so furchtbar trocken, es war halt noch mal sehr heiß, das darf man in dem Zusammenhang halt auch nicht vergessen und da blende ich euch mal jetzt spaßeshalber kurz mal die Niederschlags, Quatsch, die Temperaturwerte von 2019 ein, ja und dann sehen wir, dass wir hier quasi überall zu warm haben, das ist auch zu erwarten gewesen mit der globalen Erwärmung, aber es ist selbst dann zu warm, wenn man sich die Periode von 1990 bis 2020 anguckt, also als Referenzzeitraum, selbst in dieser ohnehin schon viel zu warmen Zeit, das mache ich übrigens für all diese Karten, all diese Karten sind bezogen auf den Durchschnittswert von 1990 bis 2020 und selbst eben in dieser wärmsten Periode seit Beginn der Wetteraufzeichnung ist 2019 immer noch im Schnitt ein Grad zu warm gewesen, im Schnitt wohlgemerkt. Im Sommer gab es durchaus Phasen, da war es doch zwei, drei Grad zu heiß, in manchen Regionen auch vier Grad zu heiß, ja, aber im Schnitt dann doch ordentlich und gerade die Dürre-Regionen da, Cottbus, Dresden und so weiter, die sind halt mit circa 1,5 Grad, 1,3 Grad auch nochmal besonders warm und das kommt dann halt eben dazu und der Dürre-Monitor wiederum, der ist jetzt quasi das Resultat aus diesen Daten, die wir hier gerade sehen, das sind jetzt die Niederschlagswerte wiederum für 2020 und eben dem Faktor, was für einen Boden haben wir denn da jeweils überhaupt vorliegend, wie gut kann der jeweilige Boden Wasser aufnehmen oder eben nicht und das ergibt dann eben die Dürre-Monitor-Karte einmal eben die Temperatur, also die Verdunstung, die da einfach geherrscht hat, dann den Niederschlag, der gefallen ist und eben die Frage, was die Bodeneigenschaften jeweils sind und hier haben wir jetzt aber wie gesagt nur die Niederschlagswerte, denen wir entnehmen können, dass das Jahr 2020 eben auch noch mal beschissen gewesen ist, da haben wir immerhin noch mal rote Werte bei Hannover und bei Laar, Laar ist so der nächste Wert von Miehaus gesehen, deswegen habe ich das durchaus noch gut in Erinnerung, dass 2020 gar nicht mal so super gewesen ist, aber eben auch Werte über 100% wieder an der Küste, an der Nordseeküste und sonst überall ein bisschen zu wenig, also das nimmt sich nicht viel zu 2018, 2020 also eine geringfügigste Erholung im Vergleich zu 2018 und 2019, aber man spricht schon völlig zu Recht von den drei Dürrejahren, weil eben auch in 2020 durchaus noch Dürreverhältnisse herrschten, geendet hat das erst, wenn man von überhaupt einem Ende reden möchte, wir wissen ja nicht wie das noch weitergeht, langfristig gesehen werden uns bestimmt noch einige Dürrejahre ereignen, aber ein vorläufiges Ende war damit 2021 erreicht und da können wir nämlich jetzt fast nur noch schwarze Zahlen und einige grüne Zahlen, ja die gibt es auch, erkennen in Ecken, in denen es jetzt besonders viel geregnet hat. Gerade bei Leipzig zum Beispiel hat der Zusatzregen, die 22% Zusatzregen im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt, eine lang ersehnte Erleichterung gebracht, die mal wieder ein kleines bisschen die Speicher, naja auffüllen ist das falsche Wort, aber dem Mangel etwas entgegenwirken konnte. Wir müssen uns klar machen, auch wenn das jetzt hier ganz gut aussieht, davor haben wir wirklich einen Haufen Wasser verloren gehabt und die paar grünen Zahlen oder mal fast grüne Zahlen wie in Würzburg mit 119% Niederschlag, das ist gut definitiv, aber reichen tut das noch nicht, insbesondere da das hier 2022 ist. Und da ist es mit den grünen Zahlen nämlich auch schon wieder vorbei und gerade wenn wir uns Leipzig angucken, hat Leipzig Netto jetzt schon wieder mehr Niederschlag verloren als letztes Jahr einen Zusatz Niederschlag bekommen haben und sie sind wieder in genau derselben miesen Situation wie sie quasi 2019 auch schon gewesen sind. Also nun mal als Beispiel eben Leipzig Trier hat zum Beispiel auch sehr wenig Niederschlag abbekommen und ihr seht selber Schwerin eine Ecke die ganz mies dran war und Stückchen südlich von Berlin sind wir tatsächlich nur bei 61% da wo man der Meinung ist dass es da so furchtbar viel Wasser gibt weil da Bäume wachsen und ein gewisser Elon der Meinung ist da seine hervorragend wasserverbrauchende Fabrik hinstellen zu wollen ich will es nicht nur an dieser Fabrik rum nörgeln es gibt wahrscheinlich schlimmere Fabriken die man hätte bauen können es gibt wahrscheinlich noch schlimmere Orte an denen man die hätte stellen können und wahrscheinlich Reichswasser auch einigermaßen noch aber nur einfach so als kleine Spitze an dieser Stelle dass es ausgerechnet genau da besonders wenig geregnet hat wo mehr oder weniger natürlich ist nicht exakt an der Fabrik aber ja in der Ecke steht und das gibt einem so ein kleines bisschen dann halt eben doch zu denken und damit sind wir mit den niederschlagswerten vom schlimmen schlimmen 2022 weitestgehend auch wieder durch übrigens warum war 2022 für die Vegetation kein großes Problem das lag einfach schlicht und ergreifend daran dass aus 2021 kommend der Winter noch ganz gut war das Frühjahr war nass genug dass über den sehr trockenen Sommer die Dürreperiode nicht so furchtbar lang geworden ist dass ein großes Problem entstanden wäre und es gab im Sommer auch mal ein paar Zwischen Niederschläge also es ist nicht diese ganz große super lang anhaltende Dürre entstanden mies war es trotzdem und auch wenn die Schäden am Pflanzenbestand sehr überschaubar sind haben wir trotzdem enorme Defizite schon wieder beim Grundwasser hinnehmen müssen an der Stelle machen wir uns doch bitte klar Deutschland hat jedes Jahr mehr oder weniger denselben Wasserverbrauch also die Einwohner Deutschlands die Natur sowieso aber eben auch wir als Menschheit verbrauchen jedes Jahr gleich viel Wasser wenn genügend Jahre mit zu hohem normalem Wasserverbrauch ohne normale Wassernachlieferung zusammenkommen dann wird das Wasser immer weniger und weniger und weniger und irgendwann kann man darüber nachdenken kann das auch alle gehen und die Antwort ist ja das ist noch längst nicht so aber es ist durchaus ein Thema mit dem man sich beschäftigen muss so und das hier ist die vorläufige Karte für 2023 die ist deswegen vorläufig weil im Hochwassergebiet die Werte noch fehlen das muss man erst noch auswerten da kann man nicht keine vernünftigen Wesswerte momentan anbieten weil durch die Hochwassersituation da alles derart aus dem Ruder gelaufen ist dass es da eben noch zu früh wäre jetzt da hier irgendeine Zahl hinzuschreiben sie dürfte sich aber im Bereich von 200% vermutlich irgendwie bewegen wobei das auch wieder schwierig ist weil durch den Zufluss von Wasser von weiter im Süden nämlich zum Beispiel aus dem Harz in das Hochwassergebiet zwischen ich sag mal Hannover und Hamburg mehr oder weniger eines der Hochwassergebiete es gab ja viele keine Frage aber da ist dann schon einiges zusammengekommen insgesamt muss man auch sehr unterscheiden dass die enorm hohen Werte die wir da zum Teil haben auch durch punktuelle Spitzen zustande gekommen sind das Jahr war nirgendwo besonders super ultra trocken dann gab es aber einzelne Monate mit wirklich extrem viel Niederschlag beispielsweise der Oktober hatte in Nordrhein-Westfalen 70 bis 80% je nachdem wo man sich befindet mehr Niederschlag gehabt und ist damit als ein Durchschnittsoktober und ist damit der regenreichste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnung das ist ein Extremwert in diesem Fall könnte man jetzt fast meinen Extremwerte der globalen Erwärmung zu widerspricht so nach dem Motto was es soll weniger regnen ja aber im Oktober da war ja total viel Regen es ist aber eine Zunahme von Extremwerten die vor allen Dingen prognostiziert wurde Herr Niemann hat gesagt es wird nie wieder regnen die Vorhersage zu der Wetteränderung beziehungsweise der konkreten die konkreten Auswirkungen einer Klimaerwärmung liegt vor allen Dingen da dass Extremwerte zunehmen werden und die Häufigkeit von Extremwerten in alle Richtungen es wird auch extreme Überschwemmungen wie wir gerade gesehen haben geben es wird extreme Dürren geben das Einzige was mehr werden wird ist einfach der Punkt Extrem Netto werden wahrscheinlich mehr Dürren als Überschwemmungen da sein bisher ist es zumindest jedenfalls so und das muss man gegenrechnen und da kann man auf keinen Fall aus seinem Gefühl hören und sagen ja das Jahr war ja so furchtbar nass das stimmt auch wenn jetzt jedes Jahr 2023 gewesen wäre wären wir netto auch jetzt inzwischen alle untergegangen aber es war halt nicht jedes Jahr 2023 sondern es gab auch 2018 19 20 oder 22 und das sind vier Jahre und nicht eins und das darf man auf jeden Fall muss man halt gegenrechnen ja und da auf keinen Fall auf Stammtischgelaber hören dass es einen Klimawandel ja nicht geben kann weil ja gerade regnet es ist einfach nicht gerade sehr langfristig dieses Denken und nervt mich sehr deswegen quatsche ich das die ganze Zeit hier an so ich nehme jetzt an einem anderen Tag auf einen Tag später genau genommen das heißt ich klinge jetzt wahrscheinlich etwas anders ich hoffe das ist auch in Ordnung und wir machen weiter mit dem Wasserkreislauf den müssen wir jetzt mal so grob besprochen haben damit wir etwa eine Vorstellung bekommen wie viel Niederschlag landet überhaupt potenziell im Grundwasser also der Wasserkreislauf funktioniert im Wesentlichen so dass der große Wasserspeicher natürlich die Meere sind aus den Meeren verdunstet beziehungsweise kondensiert das Wasser nach und nach je nachdem welche Temperatur wir gerade haben mal mehr mal weniger aber immer irgendwie ein bisschen was das ist grundsätzlich so das steigt dann auf bildet eine Wolke und wenn die Wolke auf Land trifft und aufsteigen muss weil da was im Weg ist wir hatten es ja schon besprochen dann regnet sie ab und wir kriegen Niederschlag Niederschlag kann je nach Temperatur sein wahlweise Schnee Hagel oder halt eben Wasser in Deutschland in den allermeisten Fällen Wasser so das landet jetzt auf der Oberfläche je nachdem was das jetzt für eine Oberfläche ist kann es mal mehr mal weniger gut gespeichert werden das ist jetzt so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der uns beschäftigen muss weil ist die Oberfläche zum Beispiel eine Steinplatte kann ja mal natürlich vorkommen zum Beispiel eine Buntsandsteinplatte auf einem Berg wo der Wind meinetwegen sämtlichen Boden weggeschliffen hat weggeweht hat und da liegt jetzt der blanke Fels an so ein Buntsandstein der ist minimalst wasserdurchlässig minimalst also das kann mal sein dass da ganz ganz langsam ein Hauch von Wasser durchsickert dadurch kann es auch sein dass sich im Buntsandstein über Jahrmillionen irgendwann mal Höhlen herausbilden weil oben Wasser einsickert und unten irgendwo auch wieder raussickern möchte weil Schwerkraft und dadurch bilden sich dann zum Beispiel so eindrucksvolle Höhlen wie man sie beispielsweise im Elbsandsteingebirge genannt Sächsische Schweiz finden können wer da zum Beispiel schon mal gewesen ist es gibt es aber auch in anderen Teilen Deutschland und die Pfalz hat einige interessante Buntsandsteinformationen wo auch mal eine so lustige Höhle zu finden ist und solche Späße aber im Wesentlichen da Buntsandstein ist beispielsweise nur sehr 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 wenig wasserleitend ist wird das allermeiste was da drauf regnet als Oberflächenabfluss einfach über diesen Stein drüber rinnen wird dann irgendwo sich in einem tiefgelegenen Kanal in Anführungszeichen also im Miniaturbach sammeln und zum nächstgrößeren Bach fließen und da dann eben runterfließen das gibt dann irgendwann einen Fluss und der landet dann irgendwann im Meer dieses Phänomen nennt man Oberflächenabfluss das findet ihr hier ungefähr in der Bildmitte das ist je nachdem eben davon abhängig wie direkt das Wasser das runterkommt sofort eben im Oberflächenabfluss landet während jetzt das Ganze im Fluss unterwegs ist verdunstet es natürlich auch wieder ein wenig auch ein Fluss hat eine Verdunstung und es können sich also theoretisch um den Fluss drumherum potenziell sogar mal ein Wölkchen bilden das müsste dann aber ein gigantisch großer Fluss sein oder zumindest eben erhöht sich die Luftfeuchtigkeit das ist ja auch schon mal was aber ansonsten hat das in Deutschland eigentlich keine wirklich gravierenden Auswirkungen die man allzu sehr mit einfließen lassen müsste in die Überlegung so ein Fluss kann natürlich auch mal in dem großen See landen oder der große See hat vielleicht einen Abfluss aber er hat mehr Zufluss als er Abfluss hat und wird dann immer größer bis dann halt mal der See so voll ist dass dann der Abfluss wieder zunimmt das haben wir hier in Form der Süßwasserspeicherung das ist ja ein großer See tatsächlich sind Seen durchaus ein sehr bedeutender Süßwasserspeicher zumindest ein oberirdisch sehr sehr bedeutender Süßwasserspeicher der wichtigste in Deutschland ist schlicht der Bodensee der versorgt einen ganzen Haufen von Leuten mit Trinkwasser die eben das Ganze aus dem Bodensee gewinnen ich meine sogar Stuttgart würde und das ist ganz schön weit weg sich aus dem Bodensee versorgen obwohl der so weit weg ist aber weil er halt einfach ein verlässlicher Wasserspeicher ist da durfte man die letzten Jahre dann auch durchaus ein bisschen Sorge haben weil der Seebegelstand wirklich auf Rekordniedriglevel angekommen war also ich weiß nicht ob es jetzt ein Allzeitrekord ist aber jedenfalls so niedrigen Wasserstand haben Anwohner des Bodensees selten erlebt und da kenne ich ein paar persönlich und von daher ja das war dann schon etwas beängstigend jetzt wiederum hat er einen enormen Hochstand erreicht und man macht sich so ein bisschen Gedanken wenn man direkt am See wohnt wohin das noch führen könnte aber scheint jetzt auch wieder langsam zurückzugehen jedenfalls ist es ganz simpel je höher der Wasserstand ist desto mehr Wasser fließt auch in den Rhein desto höher ist der Wasserstand im Rhein und desto mehr Wasser transportiert der Rhein schlicht und ergreifend damit fließt der Bodensee dann eben entsprechend auch schneller ab wenn er mehr Wasser hat so ganz grob kann man natürlich alles genau ausrechnen kann man natürlich alles genau messen für unsere Zwecke nicht erforderlich Schmelzwasser Wasserabfluss in Flüssen das kann auch noch ein großes Thema sein für Landschaften in denen die Wasserversorgung der entsprechenden Landschaft durch eben nach und nach schmelzende Eis- und Schneemassen in den Gebirgen gekennzeichnet ist haben wir in Oberbayern Oberbayern ist durchaus eine Landschaft wo das eine Rolle spielt in Deutschland Länder in denen das grundsätzlich eine deutlich größere Rolle spielt sind natürlich die Schweiz und Österreich in Europa zumindest und in unserer Nähe gesehen aber auch da muss man natürlich sagen durch den massiven Rückgang der Gletscher und damit verbunden auch viel weniger Eis was dauerhaft vorhanden ist was dann über den gesamten Sommer noch abschmelzen und abfließen kann und sich im Winter eben häufig nicht mehr so regeneriert wie sich das normalerweise die letzten Jahrhunderte zugetragen hat dann wird das zunehmend zu einem Problem beziehungsweise zunehmend einfach zu einer Änderung des Wasserhaushalts führen die dann durchaus den einen oder anderen negativen Effekt auf zum Beispiel Landwirtschaft oder auch Energiegewinnung in Form von Wasserkraft haben kann also die Schweiz ist sich zum Beispiel des Problems sehr wohl bewusst und hat da sich auch schon das ein oder andere überlegt wie man dagegen vorgehen kann ich bin dabei jetzt kein Experte und kann euch da jetzt auch nicht umhundertprozentig sagen was genau die wann wie vorhaben und so weiter und so fort aber das kann wie gesagt je nach Landschaft der Schmelzwasserabfluss oder eben die Verteilung des Niederschlags sozusagen übers Frühjahr und den Sommer dadurch dass ein Haufen Winterniederschläge erstmal überhaupt keine Rolle für den Wasserhaushalt spielen solange sie noch als Schnee rumliegen kann das also eine ganz ganz wesentliche Rolle beim Wasserkreislauf einnehmen so jetzt steht hier noch relativ weit oben unter dem großen blauen Kreislauf Sublimation und Desublimation das ist natürlich das ist Verdunstung von der Eismasse ausgehend also Sublimation ist quasi Verdunstung aus dem Eis raus von fest direkt zu gasförmig und Desublimation das Gegenteil von gasförmig direkt zu fest sind ganz kleine Pfeile spielen quasi in Europa kaum eine Rolle und können vernachlässigt werden so dann haben wir die wesentlichen Sachen auch schon angesprochen die Oberirde stattfinden theoretisch noch ein Vulkan ist jetzt bei uns auch nicht so sehr das Thema der ist deswegen wichtig weil Vulkane geben eine Mischung aus zum Beispiel Kohlenstoffdioxid Ruß aber auch eben ganz 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 viel Wasserdampf ab und Wasserdampf ist bekanntlich Wasser und damit können die also auch einen großen großen Einfluss auf den Wasserkreislauf haben wenn dann mal gerade ein Vulkan ausbricht ist aber jetzt wie gesagt eher unwahrscheinlich so ein wesentlicher Punkt gerade für das deutsche Klima durchaus etwas was man ernst nehmen muss auch was in den letzten Jahren immer bedeutend da geworden ist ist die Evapotranspiration die steht so im obersten Drittel Übergang zweites Drittel bis drittes Drittel sowas in die Richtung das ist also ein relativ dicker Pfeil der da aus dem Wald nach oben saust wir müssen unterscheiden es gibt zunächst mal einfach die Evaporation das ist also quasi Verdunstung von Oberflächengewässern oder von jeder beliebigen Wasserquelle ausgehend nennt man Evaporation also wir können auch einfach Verdunstung dazu sagen wie gesagt der Fluss hat sie der Bodensee hat sie eine Pfütze hat sie dass eine Pfütze austrocknet liegt vor allen Dingen daran dass sie entweder versickert das kann sein aber wenn das nicht möglich ist weil es zum Beispiel eine Pfütze in einem wasserundurchlässigen Boden ist oder auf einem wasserundurchlässigen Boden dann wird sie nur evaporieren und einfach Verdunsten quasi und Evapotranspiration dieses Wort was da jetzt steht nicht Evaporation das ist jetzt die Kombination aus der normalen Evaporation ja und der Transpiration und Transpiration das kennen wir das ist schwitzend beim Menschen das ist aber auch vor allen Dingen der erheblich wichtigere Faktor weil viele Tiere können gar nicht schwitzen da sind wir eine seltene Ausnahme daher Transpiration spielt im Ökosystem viel mehr eine Rolle als der Prozess des Wasserverbrauchs bei Pflanzen im Rahmen der Photosynthese also wenn eine Pflanze Licht nutzt und Wasser nutzt und Kohlenstoffdioxid nutzt um sich Glucose zu bauen dann wird dabei immer Wasser freigegeben und diesen Wasserfreigabeprozess den nennen wir Transpiration und das kann je nach Waldanteil oder sagen wir mal Grünheit einer Landschaft einfach wie viel Pflanze haben wir da und wie viele Stockwerke von Pflanze wie dicht ist der Gesamtbewuchs sind das jetzt 40 Meter Pflanzen Lebensraum Höhenmeter wohlgemerkt oder sind das nur 30 Zentimeter weil es eine regelmäßig gemähte Wiese ist das spielt also eine ganz ganz wesentliche Rolle und es kann also durchaus sein dass das Anpflanzen von Wäldern in einer Region wo gar keine Wälder hingehören die dann da erstmal wachsen aber dann dazu führen dass zum Beispiel weiter unten in der Landschaft also höhenmetatechnisch weiter unten kaum noch Wasser im Fluss ist weil die ganzen zusätzlich angepflanzten Bäume die da gar nicht hingehören durch ihre Transpiration eben so viel Wasser verbrauchen dass der Fluss nicht mehr im Meer ankommt das ist theoretisch denkbar und es gibt ein paar Beispiele zum Beispiel aus Spanien und Südfrankreich wo man solche Tendenzen beobachten kann ich will jetzt nicht sagen dass da schon der ganze Fluss ausgetrocknet ist daran liegt es nicht aber da muss man vorsichtig sein also das ist einer der ganz wenigen Fälle wo Wald mal negative Konsequenzen für das Gesamtökosystem haben kann weil er halt eben als Krone der pflanzlichen Schöpfung sozusagen und ja Schöpfung ist ja immer so ein Begriff den darf man durchaus kritisch hinterfragen sagen wir die Krone der pflanzlichen Evolution dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite wissenschaftlich gesehen und als solcher hat er halt eben nun mal einen enormen Wasserverbrauch und das spielt eine ganz ganz große Rolle eben für die Tatsache ob das Wasser im Grundwasser ankommt oder eben nicht denn wenn es nur so wenn es gerade noch so viel regnet das ist zur perfekten Versorgung unseres Laubmischwaldes beispielsweise normaler deutscher Laubmischwald gerade so ausreicht ja dann freut sich der Wald und alles ist super und der Wald wächst auch gut und so gut wie er halt eben wachsen kann und reicht auch für alle Tiere im Wald und so weiter und so weiter weil die ernähren sich ja von den Pflanzen und wenn die Pflanzen gut Wasser versorgt sind dann kriegen die Tiere über ihre Nahrung im Regelfall auch genug Wasser ab und alle sind glücklich und zufrieden aber dann landet nichts im Grundwasser weil der komplette Niederschlag eben nur dem entspricht was die Pflanzen im Sommer insbesondere wenn die Laubbäume auch gerade grün sind und eben entsprechend Photosynthese betreiben verbrauchen und das würde jetzt dazu führen dass wir langfristig weil Bäume gab es bei uns ja schon immer eigentlich kaum Grundwasser Neubildung bekommen würden weil in vielen Fällen eben die Pflanzen das ganze Wasser was im Sommer so fällt aufbrauchen so jetzt ist aber im Jahr natürlich nicht nur Sommer sondern es ist auch mal Winter und was macht ein Laubbaum im Winter ja nix und wenn er nix macht dann kann er eben auch keine Verdunstung betreiben beziehungsweise keine Transpiration und das bedeutet dass der Winter ganz wesentlich ist um die Grundwasservorräte wieder aufzufüllen weil halt die Pflanzen wenig bis kaum was verbrauchen es gibt Vermutungen das kann ich nicht bestätigen dafür stecke ich nicht genug in der Materie da muss man sich sehr sehr intensiv mit beschäftigen aber es gibt zumindest Vermutungen und Theorien dass die Zunahme an immergrünem Nadelholz in unserem Waldbestand die ja seit mindestens 200 Jahren vorangeschritten ist ob das nicht vielleicht mit Teil der Situation sein könnte dass wir tendenziell eher abnehmende Grundwasservorräte beobachten können in Deutschland und das übrigens auch schon über einen relativ langen Zeitraum aber man ist sich nicht sicher man ist sich mit den Messwerten nicht ganz sicher das ist sehr schwierig und da bräuchtet ihr jetzt einen richtigen Hydrologen der euch das erklären könnte leider habe ich keinen zur Hand so ein Taschenhydrologe das wäre mal was aber einfach nur mal so als Gedanke als Gedanke könnte es sein dass Fichten und Kiefern wohl möglich sogar auch einen Einfluss auf die Grundwasserneubildung haben könnten so aber mal abgesehen von der offensichtlichen Evapotranspiration die sehr sehr wichtig ist wie viel Wasser letzten Endes im Boden ankommt spielt auch ein weiterer Prozess eine Rolle der sich Interzeption nennt das ist jetzt erstmal ein schlaues Wort ich hatte neulich mal die Gelegenheit was heißt neulich ist schon wieder eine Weile her wir haben ja gerade Pause bei mir was Führungen angeht aber winterbedingt eine der letzten Führungen letzten Jahres da hatten wir auch mal Interzeptionswolken gesehen das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen wenn über dem Wald direkt über den Bäumen teilweise auch in den Baumkronen eine Wolke zu hängen scheint das nennt man eine Interzeptionswolke und das ist das Resultat dessen dass es gerade so viel geregnet hat bei einigermaßen hohen Temperaturen also das geht schon bei 5 Grad 6 Grad 7 Grad los dass das funktioniert dieser Prozess je wärmer es wird desto schneller geht es natürlich aber es regnet nehmen wir mal an im Sommer bei 30 Grad im Schatten und das Wasser fällt kommt von oben nach unten logischerweise und landet jetzt in einem Waldgebiet erstmal in den Baumkronen sehr sehr viel vom Wasser und zwar genau genommen etwa 1 Millimeter also Niederschlagsangaben macht man professionellerweise in Millimeter manche Leute sagen auch Liter pro Quadratmeter kann man auch machen 1 Millimeter entspricht einem Liter pro Quadratmeter weil wenn du jetzt einen Millimeter Wasserstand sozusagen auf die gesamte Landschaft die einen Millimeter Niederschlag bekommen hat rechnest dass da das Wasser einfach einen Millimeter hoch steht oder sagen wir der Einfachkeit halber mal 10 Millimeter das wäre dann ein Zentimeter dann hast du ja überall einen Wasserstand von 1 Zentimeter natürlich ist das rein theoretisch weil das Wasser fließt ja immer zum niedrigsten Punkt fließt ja immer ab aber dadurch ergibt sich eben einfach dieser Niederschlagswert der in den meisten professionellen Klimadaten angegeben wird so und so viel Millimeter Jahresniederschlag so und so viel Millimeter Monatsniederschlag oder halt eben tagesaktuell Leute kommen so und so viel Millimeter runter also nur dass wir das mal kurz erklärt haben so und ein Millimeter beziehungsweise eben umgerechnet ein Liter pro Quadratmeter das wäre genau die Menge die ein durchschnittlicher mitteleuropäischer Wald erst mal an Niederschlag schluckt indem die Regentröpfchen einfach in den Baumkronen hängen bleiben an den Blättern an den Ästen ja was es da sonst noch gibt am Eichhörnchen theoretisch also alles was in den Baumkronen so unterwegs ist das schluckt im Schnitt etwa einen Millimeter im trockenen Zustand so wir nehmen also an es ist vollkommen trocken schon seit Tagen der Wald ist oberflächlich trocken also alle Oberflächen sind nicht nass weil es schon lange nicht mehr geregnet hat so und jetzt regnet es und es regnet jetzt 1,2 Millimeter auf einmal innerhalb von weiß nicht drei Stunden das ist so ein kleiner kleiner Regen der macht einen schon ein kleines bisschen nass muss man selber wissen ob man deswegen jetzt zu Hause bleiben will oder nicht und von diesem kleinen Regen kommt am Waldboden statistisch gesehen nur 0,2 Millimeter an weil der erste 1 Millimeter sozusagen jetzt erstmal im Kronendach hängen bleibt und das ist jetzt der Knackpunkt was passiert denn da mit dem Wetterwasser dass jetzt das Kronendach nass gemacht wird er hat das verdunstet schlicht und ergreifend wieder und kommt nie am Boden an dementsprechend kann es auch nie im Boden und schon gar nicht im Grundwasser landen wird also vollständig wieder evaporiert und landet komplett wieder in der Atmosphäre also als Wasserdampf einfach weiter unterwegs kann dann eben diese kleinen Interzeptionswölkchen bilden und muss uns dann nicht weiter interessieren weil es ist jetzt wieder weg ja und je mehr wir kurze Niederschlagsereignisse bei hohen Temperaturen bekommen die wenig oder nur selten die ein Millimeter Grenze überschreiten desto mehr vom Gesamtniederschlag also nehmen wir an es regnet morgens ein Millimeter und abends ein Millimeter und dazwischen ist weiter als ich gerade sind der Baum schon wieder trocken beziehungsweise der Wald schon wieder komplett trocken dann sind im Tag zwar zwei Millimeter Niederschlag gefallen das ist eigentlich gar nicht mal so gar nichts das wäre eigentlich schon gut geeignet um eine gewisse Bodenfeuchtigkeit aufrecht zu erhalten aber nichts davon ist am Boden überhaupt angekommen und das spielt also auch je nach Situation je nach Niederschlagsverteilung eine ganz ganz große Rolle weshalb kaum Wasser am Boden ankommt beziehungsweise gar nichts im Grundwasser ankommt so und jetzt haben wir die Situation dass es jetzt theoretisch mal so richtig ordentlich regnet also so 4, 5, 6, 7 Millimeter auf einmal meinetwegen auch 10 über den Tag verteilt das ist dann noch längst kein Starkniederschlag aber das ist dann ein guter ergiebiger ordentlicher Regen mit dem man was anfangen kann und ja diese Begriffe das ist jetzt so meine persönliche Wahrnehmung das ist jetzt nicht genau die Definition von ergiebigem Landregen oder sowas das wäre jetzt ein Fachbegriff wie viel er genau hat weiß ich nicht spielt auch jetzt keine große Rolle so und das ist jetzt in der Lage den Boden zu erreichen und macht jetzt den Boden nass jetzt besteht so ein Boden aus im Wesentlichen drei Schichten die für uns jetzt interessant sind jeder Boden hat mehr oder weniger diese drei Schichten es gibt ein paar Ausnahmen aber ich würde mal sagen 90% aller Böden die wir in Deutschland so haben sind so aufgebaut natürliche Böden wohlgemerkt also nicht als falsch das ist nochmal ein eigener Punkt kommen wir noch dazu nämlich zunächst mal kommt oben der Humus das ist also einfach das frisch abgestorbene Biomaterial das kann einfach Streu vom Baum sein also sprich Laub im Herbst macht es auch den Großanteil aus ein runtergefallener Ast kann da dabei sein theoretisch kann da auch ein bisschen Rehköttel dabei sein ein Kuhfladen oder halt eben nebendran die tote Kuh die gerade an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben ist und jetzt auch langsam verrottet ja all das trägt dazu bei dass auf dem Boden eben eine mehrmal mal mehrmal weniger verrottete Schicht von sogenannter organischer Substanz sprich Humus rumliegt und dieser Humus gerade insbesondere der pflanzlichen Ursprungs hat jetzt die wundersame Eigenschaft circa das 30-fache seines Eigengewichts je nach Humus das variiert sehr stark aber circa das 30-fache seines Eigengewichts an Wasser aufzunehmen so das bedeutet nehmen wir mal an wir haben da pro Quadratmeter ein Kilo Humus rumliegen das ist relativ wenig dann haben wir pro Quadratmeter dann meinetwegen einen Liter Regen der da runter kommt also wieder der eine Millimeter also sagen wir mal wir hätten zwei Millimeter insgesamt der erste Millimeter bleibt in den Bäumen hängen der zweite Millimeter bleibt jetzt im Humus hängen wenn wir mal davon ausgehen dass wir da halt eben einen ordentlichen Humus von einem Kilo haben und dann kann der das 30-fache seines Eigengewichts an Wasser aufnehmen dann wären das also 30 Kilo Wasser das heißt wir müssten da erst 30 Millimeter beziehungsweise 30 Liter pro Quadratmeter auf diesem einen Quadratmeter haben bis der Humus voll ist und solange der Humus noch nicht voll ist nimmt der gibt der kaum also kaum schon ein bisschen was Wasser an den Untergrund ab bedeutet dieser wichtige Wasserspeicher ist erstens hervorragend geeignet um kurze Starkriederschlagsereignisse abzupuffern das heißt kurzfristig große Wassermengen zu speichern und diese ganz langsam an den Untergrund abzugeben er ist gleichzeitig aber auch dafür geeignet um große Wassermassen zu speichern und sie eben nicht unbedingt an den Untergrund abzugeben wenn die Temperatur eben so hoch ist auch im Wald kann das ja mal vorkommen das hängt davon ab wie dunkel der Wald ist je dunkler desto besser damit es nicht ganz so heiß wird sollte der Wald relativ Licht sein dass da viel Licht reinkommt dann wird er auch warm und dann kann es sein dass das Wasser aus dem Humus einfach wieder rausverdunstet ohne jemals im tieferen Boden gelandet zu sein also hier haben wir Humus ist wirklich eine zweischneidige Sache einerseits verhindert der Überschwemmungen weil er erstmal eine große Menge Wasser puffern kann bevor es überhaupt zu einem Oberflächenabfluss kommt der bei dir in den Garten oder in den Keller fließen könnte oder dass der Fluss anschwillt und bei dir in den Garten oder in den Keller fließt und so weiter und so fort gleichzeitig kann er aber eben auch verhindern dass es Grundwasser gibt so zweite Schicht im Boden nachdem jetzt unser Humus gesättigt ist und das Wasser fließt jetzt durch unseren Humus durch das passiert auch wenn er nicht gesättigt ist wie gesagt aber halt nur ganz langsam dann kommen wir in den sogenannten Mineralboden der besteht jetzt aus verschiedensten Mineralien wie der Name schon sagt unter anderem immer garantiert viel drin Silikat bei uns in Deutschland meistens in manchen Regionen auch Carbonate sprich Kohlenstoff Kalk Verbindungen und das ist aber eher kleinräumig eher selten da sickert das Wasser je nachdem mal mehr mal weniger schnell durch je nachdem wie groß die Löcher im Boden eigentlich sind so ein Boden besteht aus einem Drei-Komponenten-System wir haben da Poren drin diese Poren können entweder Luftgefüllt sein dann reden wir von Bodenluft sie können gar keine Pore sein sondern Festmaterial das ist die Bodenfestphase also wirklich ein Klumpen Erde oder eben Bodenwasser das heißt eine Pore die gerade Wassergefüllt ist je nachdem wie groß diese Poren sind sind sie entweder Totwasser das heißt die Pore ist so klein dass Wasser irgendwann mal reinkommt aber sobald es einmal drin ist kommt es da fast nie wieder raus weil Wasser hat ja die wundersame Eigenschaft der Adhesion das heißt es haftet sich an Oberflächen die es umgibt und kann stärker an der Oberfläche haften als die Gravitation also die Schwerkraft es nach unten ziehen könnte um es ins Grundwasser zu packen bedeutet kleine Öffnungen im Boden da ist die Adhesion immer stärker als die Gravitation das Wasser bleibt da bis in alle Ewigkeit quasi es kann da auch kaum raus verdunsten deswegen nennen wir das Totwasser weil es für nichts Nütze ist Pflanzen können das nicht aufnehmen die kriegen das da auch nicht raus Tiere können damit nichts anfangen bis auf ganz wenige Mikroorganismen vielleicht aber es spielt eigentlich keine große Rolle ökologisch also der Name Totwasser trifft es ganz gut dann gibt es die sogenannten langsam dann gibt es die nutzbare Feldkapazität das sind also die mittleren Poren im Boden wir hatten beim Anfang von diesem Beitrag hier beim Dürremonitor die blaue Karte gesehen das ist die nutzbare Feldkapazität die da dargestellt wird die ergibt sich eben aus dem Anteil der Mittelporen im Boden da gibt es verschiedene Namen für müssen wir nicht weiter ausführen langsam drähnende Grobporen zum Beispiel scheißegal und die sind jetzt in der Lage erstens Wasser langsam nach unten abzuleiten bedeutet wenn sehr viel Wasser da ist wird es langsam nach unten transportiert das ist gut wenn wenig Wasser da ist dann wird es noch langsamer nach unten transportiert und die Pflanzen insbesondere die können mit ihren Wurzeln eben Wasser aus diesen Mittelporen aufnehmen und sich damit versorgen ist also ganz entscheidend für ein funktionierendes Ökosystem das eine pflanzliche Komponente aufweist dass wir im Boden auch einen gewissen Anteil einer nutzbaren Feldkapazität beziehungsweise an Mittelporen haben so und das ist also alles super nur sind die dann halt gegebenenfalls von den Pflanzen wieder geleert bevor da irgendwas im Grundwasser ankommen kann im Sommer zumindest im Winter schaut es ganz anders aus da fließt alles durch da ist kaum ein Verbraucher da und das landet dann weiter unten so und da gibt es theoretisch noch Grobboren nicht nur theoretisch in manchen Regionen sind die auch vorwiegend beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Niedersachsen sandreiche Böden weisen einen hochgroßen Anteil an Grobboren auf und Grobboren haben jetzt die mitunter durchaus praktische Eigenschaft Wasser sehr schnell versickern zu lassen also vergleichsweise sehr schnell und das bedeutet dass das meiste Wasser das in Grobboren mal landet also ein Starkniederschlag Ereignis auch im Hochsommer auf Sandboden davon wird ein gewisser Anteil immer versickern und wird vermutlich eben an den Sandkörnchen auch nur sehr wenig hängen bleiben die Adhesion von Sandkörnchen ist mir sehr gering und damit überwiegt die Gravitation das Wasser kommt also relativ schnell nach unten und fließt dann in und damit sind wir im dritten Teil unseres Bodens angekommen das Ausgangsgestein beziehungsweise da der Fels das Fels Gesteins Sediment Material je nachdem was da gerade vorliegt das den Boden der drüber liegt den Mineralboden ursprünglich mal gebildet hat und der Humus der dann ebenfalls noch am Mineralboden beteiligt ist aber das wird jetzt zu weit muss auch gar nicht sein so in diesem Ausgangsgestein da gibt es jetzt drei Möglichkeiten nämlich entweder das ist porös dass das Wasser durchfließen kann Möglichkeit Nummer zwei das ist überhaupt nicht wasserdurchlässig das heißt es bildet sich auf dem Ausgangsgestein alles Wasser was durch den Boden geflossen ist sammelt sich da und fließt dann durch die Poren des Bodens entlang des Gefälles des Ausgangsgesteins also nehmen wir mal an das hat eine leichte Neigung von 10 Grad Richtung nächster Fluss und dann fließt das Wasser also quasi unterirdisch ganz langsam durch den Boden über dem Ausgangsgestein Richtung nächsten Fluss kommt im nächsten Fluss raus und wird mit dem nächsten Fluss als Oberflächenabfluss entwässert haben wir da Grundwasser bekommen und dann wäre noch die Möglichkeit im Grunde sind diese beiden Fälle am relevantesten ich lasse die dritte Variante jetzt einfach mal weg das heißt wir haben ein Ausgangsgestein das entweder wasserdurchlässig ist oder halt eben nicht es gibt dann noch ganz viele Fälle dazwischen natürlich so und das bringt uns jetzt zum Grundwasser doch vorher noch mal kurz zurück zum Dürre-Monitor wegen dem ganzen Zeug was ich jetzt erzählt habe wie lange es dauern kann bis Wasser im Boden überhaupt ankommt wie lange es dauern kann bis Wasser durch den Boden durchkommt oder auch wie lange es schlicht und ergreifend dauern kann bis Wasser das oben auf dem Boden ankommt bis unten in den Boden geflossen ist das geht mit unter ein Jahr und dadurch kommen dann solche Bilder hier im Dürre-Monitor zustande dass da also jetzt niemand unendlich verwirrt ist weil ich dazu häufig auch Nachfragen bekomme wie es denn sein kann dass da immer noch alles rot ist obwohl es doch gefühlt die ganze Zeit regnet ja einfach weil es ein enorm zeitverzögerter Prozess ist bis die Tiefen des Bodens überhaupt mal nass geworden sind und wie gesagt erst wenn die nass geworden sind dann kann ein Teil des Wassers nämlich das was nicht wieder doch auch im Fluss landet überhaupt im Grundwasser landen und von dem was im Grundwasser landet ist dann auch noch längst nicht gesagt ob das was im Grundwasser landet den von uns genutzten langfristigen großen Speicher aus dem wir duschen zum Beispiel überhaupt wieder auffüllt oder einfach nur eine sehr kurze Verweildauer im Grundwasser hat das hängt einfach auch von der Größe des jeweiligen Grundwasserspeichers ab so und das bringt uns jetzt zu dieser Grafik über die wir sehr lange reden werden ja wie gesagt das ist eine Diashow und wie bei meinen Professoren früher was ich eigentlich immer schrecklich fand wenn die über eine Folie gefühlt die ganze zweite Doppelstunde an Vorlesungen referiert haben aber je mehr man lernt desto mehr versteht man dass es aus mancher Hinsicht durchaus Sinn ergeben kann über eine Folie eine Doppelstunde oder auch drei oder vier zu referieren also daher bitte ich um Entschuldigung und bin in der Hinsicht wirklich nicht besser als meine Pros bei denen ich mich für meine anfängliche Skepsis während des Studiums hiermit förmlich entschuldigt haben möchte nicht dass die das nennenswert mitbekommen weil die wissen das ja alles was ich hier erzähle von daher besteht da keine Notwendigkeit sich das anzugucken gut jedenfalls was wir hier sehen ist jetzt die meiner Meinung nach schönste Darstellung zur Funktionsweise vom Grundwasser die man aus dem Internet noch einigermaßen juristisch unfragwürdig verwenden kann und selber zeichnen kann ich das auf keinen Fall besser wir fangen mal oben an sprich auf unserem Berg den ihr da sehen könnt also das ist ein Querschnitt durch den Erdboden sozusagen ich denke das erkennt ihr ihr seid ja intelligent ganz grob kann man sagen ist für uns relevant also die Karte hat hier das Diagramm hat ja drei Farben blaues Wasser hellblau ist übrigens Oberflächenwasser das gibt es auch dann haben wir helloliv das ist ein Grundwasserleiter und wir haben dunkeloliv das ist ein Nichtleiter das heißt das ist wasserdichtes Gestein sozusagen so das mal erstmal ganz grob jetzt gehen wir auf unseren Berggipfel unser Berggipfel besteht aus helloliven Material das bedeutet wir haben es mit einem Grundwasserleiter zu tun das bezieht sich immer auf das was man in der Bodenkunde als Ausgangsgestein bezeichnen würde das heißt das ist das geologische Material was an dem Ort halt vorliegt bedeutet du gräbst ein Loch solange du noch buddeln kannst solange noch Boden da ist und wenn du dann auf Stein der muss nicht unbedingt massiv sein das kann auch ein locker Gestein sein also ganz ganz viel grober Schutt zum Beispiel zwischen dem noch Platz wäre den einzelnen Bestandteilen aber das ist dann schon Gestein gilt gilt als geologische Phase des Bodens sozusagen und die hört nach unten auch so schnell wieder auf je nachdem was das jetzt für ein Gestein ist was wir gefunden haben nachdem wir in unseren Gipfel reingebuddelt haben kann es eben entweder Grundwasserleiter sein oder halt nicht und natürlich es gibt Zwischenfälle wo es sehr langsam das Wasser durchleitet die sind aber jetzt für uns irrelevant wir machen jetzt ja oder nein einfach zum Verständnis so nehmen wir also mal an unser Berggipfel besteht aus einem schotterigen Kiesmaterial wer mal in den Alpen auf den Zentralalpen auf den Gipfel gestiegen ist und da versucht hat ein Loch zu buddeln wird sowas vielleicht mal gefunden haben wer zum Beispiel mal im rheinischen Schiefergebirge auf einen Berg gestiegen ist und versucht hat da ein Loch zu buddeln da wird da Schiefer gefunden haben ziemlich bröckligen Schiefer und je nachdem wie bröcklig dieser Schiefer ist ist halt durch die Bröcklichkeit die Möglichkeit gegeben in die ganzen Risse in die das Zeug halt hat als Wasser durchaus reinzufließen also grob kann man zusammenfassen je bröckliger unser Ausgangsgestein desto Grundwasserleiter je massiver ein riesige Felsplatte ohne jeden Riss desto Unleiter sozusagen das Ganze ist also man kann sich das ganz einfach ausdenken seht ihr angucken beziehungsweise überlegen sind Risse da wo Wasser reinpasst gut wenn keine Risse da sind wo Wasser reinpasst nicht gut so grob unterschieden werden folgende drei Leitertypen nur damit ich es mal eben gesagt habe erstens der Porengrundwasserleiter der besteht aus Locker- oder Felsgestein dessen Porenraum vom Grundwasser durchflossen wird ist hoffentlich soweit erklärbar zitiert aus Wikipedia übrigens Kluftgrundwasserleiter besteht aus Felsgestein sie enthalten aber durchflusswirksame Klüfte und Gesteinsfugen das wäre also schon ein massives Gestein aber solange die Zahl und den Durchmesser die Größe der Klüfte die in diesem großen wirklich massiven Felsgestein vorhanden sind groß genug ist dann passt da auch wieder ein bisschen Wasser rein das sind dann fast schon wie so unterirdische kleine Flüsslein teilweise sind diese Klüfte die da drin enthalten sind auch mit nichts anderem gefüllt als mit Wasser sind also eigentlich abgesehen vom Wasser fast schon hohl das kann auch mal vorkommen so und dann haben wir drittens den Karst Grundwasserleiter der besteht aus verkarstetem Karbonatgestein mit durchflusswirksamen Verkarstungen wer mal in einer Tropfsteinhöhle war das ist eine Verkarstung ganz einfach diese Tropfsteinhöhlen waren in fast allen Fällen irgendwann mal oder sind es bis heute in vielen Fällen muss man ja tauchen in solchen Höhlen mit Grundwasser gefüllt oder da sind mal ganze Flüsse unterirdisch sozusagen durchgeflossen und ja so entstehen diese Höhlen ja auch dass die eben vom Wasser ausgespült werden weil Kalkstein eben wasserlöslich ist je nachdem was für ein Kalkstein je nachdem wie viel Wasser alles super kompliziert und total spannend aber für uns ist nicht weiter relevant so also das sind die drei wesentlichen Gesteinstypen die unser Grundwasserleiter haben kann um überhaupt ein Grundwasserleiter zu sein ist nichts dieser drei Sachen zutreffend dann ist es halt schlicht und ergreifend kein Grundwasserleiter so kein Grundwasserleiter das ist hier das dunkle Olive und dunkle Olive in unserer Darstellung also wir nehmen jetzt einfach mal spaßeshalber an der Berggipfel bestände aus Grundwasserleitermaterial und dann kommt irgendwann weiter unten im Berg eben ein nicht leitendes Material das ist durchaus realistisch weil macht euch klar ein Berg das ist ja kein Haufen den man irgendwie gerichtet aufgerichtet hat und dahin geschippt hat und der besteht nur aus dem gleichen Zeug sondern Berge sind das Resultat von Faltungsprozessen der Erdoberfläche durch Kontinentalbewegung in vielen Fällen außer dem Vulkan dann nicht die aus verschiedensten Schichten der Erdoberfläche willkürlich zusammengefaltet wurden wie wenn ihr ein Stück Teig aus mehreren Schichten meinetwegen ein bisschen Marmorkuchen Teig von Marmorkuchen mit weißem Bereich mit braunem Bereich knetet das zusammen und ihr kriegt ein Kuddelmuddel aus braunen und weißen Schichten und so funktioniert auch ein Berg der ist im Prinzip Marmorkuchenteig der zusammengeknetet wurde und dann als Berg aufgehäuft und dann in dem Zustand stehen gelassen es ist also durchaus realistisch dass innerhalb eines Berges verschiedenste Gesteinsschichten vorliegen und da können halt eben Grundwasserleitende und Grundwasser nichtleitende dabei sein so und in so einem Berg so er dann leitend ist sammelt sich jetzt so lange Wasser innerhalb des Gesteins ne also das ist jetzt nicht so dass das Wasser das ihr hier seht oben im Berg die blaue Schicht das Grundwasser was im Berg drin ist das ist nicht eine unterirdische See in dem ihr rumtauchen könntet sondern das ist Gestein mit Poren oder Klüften in denen befindet sich das Wasser aber die sind im Regelfall viel zu klein als dass man drin rumtauchen könnte oder U-Boot fahren oder sonst irgendwas also das ist schon trotzdem immer noch massives Gestein muss es ja auch sein weil stellt euch mal vor der Berg wäre innen drin tatsächlich hohl da wäre einfach nur Wasser drin was würde jetzt die Decke aus Gestein davon abhalten einfach unten ins Wasser rein zu krachen der Berg würde zusammenfallen das kann niemals halten und deswegen bitte nicht dem Irrglauben erliegen dass Grundwasserleiter hohl wären und nur aus Wasser sozusagen bestehen das kommt immer mal wieder vor so ist jetzt unsere Grundwasser nicht Leiter Schicht also undurchlässige Schicht leicht geneigt wie hier zu sehen nach rechts geneigt dann sammelt sich unser Grundwasser in unserem leitenden Grundwasserleiter Gestein ich sage das noch ganz oft damit es auch alle sich gemerkt haben und fließt ganz einfach mit der Gravitation entlang der Neigung unseres Nichtleiters und was dann aus dem Berg austritt wenn der Berg zu Ende ist ist eine Schichtquelle die allermeisten Bergquellen die man jemals gesehen hat die mit Abstand sowieso häufigste Quellenform überhaupt ist eine Schichtquelle ja das muss nicht zwingend in den Bergen sein da tut es auch eine leicht ganz leicht hügelige Landschaft egal wie leicht hügelig die ist es kann immer sein dass sich unter einem Grundwasserleitermaterial eine nicht leitende Schicht befindet und selbst wenn die einen Kilometer nur einen halben Meter abfällt pro Kilometer Länge nur einen halben Meter vertikal sozusagen abfällt dann reicht das trotzdem aus um Grundwasser zu transportieren über diesen halben Meter Gefälle und irgendwo tritt das dann aus meistens im nächsten Fluss aber theoretisch wäre es auch möglich dass dann da ein Hang kommt oder ein tief eingeschnittenes Tal und dann plätschert sie munter aus der Talwand raus und als kleiner Wasserfall landet sie dann unten halt doch im Fluss aber diesen Wasserfall könnte man theoretisch jetzt auffangen und als Trinkwasser nutzen wichtig ist übrigens in dem Zusammenhang ist Grundwasser automatisch immer Trinkwasser und da müssen wir ganz klar sagen nö wir haben ja in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit unserem Grundwasser und das ist ja ein Teil des Bauernaufstands dass sie die Düngemittelverordnung nicht so toll finden was nicht ganz falsch ist die ist auch nicht ganz super doll aber die sieht ja vor dass sie weniger düngen sollen damit weniger Düngemittel im Grundwasser landet und die Grundwasserqualität eben gleichbleibend hoch bleibt weil je nachdem wie viel Mist du auf den Boden schmeißt im wahrsten Sinne des Wortes Mist als Dünger und je nachdem wie viel es regnet und je nachdem wie schnell das Regenwasser mit dem Mist den gelösten Bestandteilen des Mistes jetzt ins Grundwasser gelangt das hängt eben ganz stark von der Geschwindigkeit der Infiltration das ist übrigens der Fachbegriff für Versickern von Wasser ab und manchmal wenn das langsam genug verläuft sind sämtliche Schadstoffe aus dem Wasser raus wenn es im Grundwasser ankommt geht dieser Infiltrationsprozess allerdings zu schnell dann sind halt die ganzen Stoffe die man im Grundwasser nicht haben möchte noch drin im Wasser wenn es im Grundwasser ankommt und dann wird das im Grundwasser angereichert und angereichert und angereichert weil meistens ist die Fließgeschwindigkeit von Grundwasser eben einfach dadurch dass es ja gar keine unterirdischer See ist sondern ein wassergesättigtes Gestein die Fließgeschwindigkeiten sind so gering dass es sehr 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 lange dauern kann bis Giftstoffe im Grundwasser da irgendwann wieder draußen sind also letzten Endes fließt ja auch in unserem Diagramm hier unser Grundwasser irgendwann links unten aus dem Bild das liegt daran dass es das muss nicht so sein es kann auch Grundwasser Vorkommen geben die nirgendwo hinfließen weil sie eben von nicht leitendem Gestein umschlossen sind und das sind dann ewig währende Grundwasser Löcher sozusagen wo gar nichts wegkommt und alles was da reinkommt ist da drin bedeutet wenn du so ein Wasser vergiftest durch was auch immer dann wird das bis in alle Ewigkeit vergiftet sein bis du es einmal komplett abpumpst und die Ursache des Giftes entfernst und dann neues Wasser irgendwann nachfließt ja also Grundwasser Verunreinigungen sind sehr nachhaltig und das ist nichts Gutes in diesem Zusammenhang gut jedenfalls meistens fließt halt doch irgendwann ab landet dann doch irgendwann in einem größeren Fluss und landet dann irgendwann im Meer und wie gesagt durch Neubildung von Grundwasser kann dann auch eine Verunreinigung irgendwo mal wieder draußen sein aber damit ist überhaupt nicht zu spaßen mit Grundwasserverunreinigung so gar nicht so ja jedenfalls das ist ja jetzt nur hier ein sehr kleines Grundwasser unsere Bergspitze das füllt sich schnell wieder auf warum ganz einfach weil auf dem Berg regnet es viel und der Anteil an Gestein der da überhaupt drauf ist der ist recht schnell gefüllt also an Grundwasser Leiter Gestein weil es einfach nicht viel ist das seht ihr hier auf dem Bild ganz gut das ist einfach halt eine kleine Menge Gestein und die kann eine kleine Menge Wasser aufnehmen aber dadurch dass es da ständig regnet füllt sich das ruckzuck wieder auf fließt auch relativ schnell ab weil wir ja eine Schichtquelle haben oder mehrere und das ist ein relativ bald sich regenerierender Prozess bedeutet da oben Landwirtschaft zu betreiben wäre jetzt nicht so schlimm macht nur keinen Sinn so anderes Beispiel ein Stockwerk tiefer so die Mitte unseres Berges da haben wir jetzt um mal zu erklären was ein ungespannter und ein gespannter Grundwasserleiter ist die Situation dass links im Berg also in der von uns aus gesehen linken Hälfte da befindet sich über unserer wasserstauenden Schicht der normale Grundwasserleiter und da ist nichts weiter Bemerkenswertes aber gehen wir dann nach rechts kommt da unsere Stauschicht von oben über unseren Grundwasserleiter und unser Grundwasserleiter geht schräg nach ohne weg sozusagen und jetzt sorgt die Schwerkraft dafür dass das Wasser das von oben eingetragen wird mit der Schwerkraft natürlich immer unten in diesen Bereich reinfließt in dem das Wasser dann aber nirgendwo mehr hin kann und die Schwerkraft sorgt dann für einen gewissen Druck der das Wasser nach unten drückt da kann es aber nirgendwo hin und jetzt findet das Wasser sozusagen eine winzig kleine Stelle nämlich die wo sich die athesische Quelle befindet und an der Stelle ist das nicht leitende Gestein so dünn dass der Druck den das Wasser inzwischen aufgebaut hat ausreicht um da durchzubrechen und dann kriegen wir eine Quelle die tatsächlich aus dem Boden heraus zu sprudeln scheint das ist ein toller Anblick ich persönlich weiß nicht wo die nächste ist könnt ihr euch ja vielleicht mal selber bei euch informieren die sind relativ selten da muss also die geologische Situation so sein dass wir halt einen Wasserdruck unterirdisch sozusagen aufbauen dazu hätte ich noch eine andere Grafik vielleicht versteht man es da nochmal besser hier haben wir also wieder einen Querschnitt durch die Landschaft und wir haben quasi zwei Grundwasserleiter den oberen das ist so dieses nicht ganz graue Material das hellgraue Material und wir haben zwei nicht leitende Schichten und wenn es jetzt oben links auf dem Berg hinregnet dann kann unser Wasser versickern einmal eben in den unteren Grundwasserleiter und einmal in den oberen Grundwasserleiter das bedeutet wir haben ein Grundwasser das unabhängig unterhalb vom oberen normalen in Anführungszeichen Grundwasser besteht und wenn jetzt eben der Druck des unteren Grundwassers so groß wird dass es nach oben durch eben unseren Nichtleiter hindurch kommt weil genug Power da ist oder weil der Nichtleiter an der Stelle halt doch einen einzelnen Riss hat dann kann es sogar sein dass durch das obere Grundwasser hindurch das Wasser nach oben schießt und dann aus dem vorhandenen Wasser heraus blubbert dazu gibt es noch ein schönes Bild ja und das gibt dann so eine lustige Blubberblase hier innerhalb eines Sees zum Beispiel also ein blubbernder See war unser Grundwasser übrigens so weit unten in der Erde dass es sich schon erwärmt erwärmt hat weil je nachdem wie tief man kommt ins Erdinnere desto wärmer wird es das liegt daran dass der Kern halt flüssig ist wissen wir alle oder die Echsenmenschen kochen da halt zu viel das könnte auch daran liegen das weiß ich jetzt nicht so genau egal jedenfalls dass je tiefer das Grundwasser halt herkommt sozusagen je größer der Druck und dann kann es passieren dass eben auch eine heiße Blubberquelle entsteht und das Material von unten hochdrückt und dann auch noch dampft zum Beispiel ist jetzt nicht dasselbe wie ein Geysir der hat dann wieder was mit Vulkanismus zu tun und an der Stelle ist es für uns dann auch relativ irrelevant ich wollte es halt einfach nur mal erwähnt haben so zurück zu unserer Ursprungskrafik so da sind immer wieder vielleicht ist euch beim sehr viele minutenlangen draufstarren auf diese Grafik aufgefallen dass es hier noch zwei Oberflächengewässer gibt nämlich das linke und das rechte so beim linken ist der Fall so dass das Oberflächengewässer so weit oben ist und der Grundwasserleiter also unser hellolivenes Gestein so mächtig ist dass hier tatsächlich eine Infiltration des Fließgewässers während es vorbei fließt in den Untergrund stattfindet das kann dazu führen wenn das zum Beispiel über einen sehr langen Zeitraum so ist und unser Fließgewässer sehr lange durch einen Grundwasserleiter durchfließt irgendwann vom Fließgewässer gar nichts mehr übrig ist und das komplett versickert ist gibt es Beispiele auf der Welt zum Beispiel in der Wutach Schlucht im Südschwarzwald da ist der Fluss neben dem man herläuft plötzlich weg weil er einfach kurzfristig mal eben versickert sozusagen zu Grundwasser wird also sobald das Wasser unterirdisch ist ist es Grundwasser ganz einfache Definition das ist noch ein bisschen komplizierter aber mit Ausnahme von na egal lassen wir das für unsere Zwecke reicht sobald es unterirdisch ist ist es quasi Grundwasser und ja das kann also wirklich passieren dass der komplette Fluss irgendwann versiegt auf diesem Wege und gar nicht ist eigentlich was Gutes für die Anwohner dieser Region weil sie in der Stelle dann halt eigentlich quasi einen ständigen Nachfluss von Grundwasser haben selbst dann wenn es nicht regnet und letzten Endes die Nutznießer dieses Flusses sind wobei der natürlich weiter hinten in seinem Verlauf ja auch schon beginnt zu versickern nur ist halt ab irgendeinem Punkt gar nichts mehr übrig und wer dann noch weiter flussabwärts also wo es keinen Fluss es gibt keine Verteilungsgerechtigkeit natürliche Ressourcen sind unfair verteilt das ist der Naturscheiß egal dass alle gleich viel abhaben sollten aus unserer ethisch moralischen Sicht ist halt nicht so das ist relativ ansonsten wie gesagt ziemlich unproblematisch und eine Wechselwirkung zwischen Grundwasser und Oberflächenwasser findet nicht statt nur umgekehrt und von daher nicht so wichtig in Anführungszeichen ganz anders schaut es im rechten Fall aus im rechten Fall haben wir ein Oberflächengewässer das das Grundwasser infiltriert bedeutet unser Grundwasser kann mit dem Oberflächengewässer davon fließen sollte also jetzt eine Zeit lang kein Regen also oder nur wenig Regen fallen und das Grundwasser hier das wir hier sehen nicht dauerhaft aufgefüllt werden und eine Zeit lang einfach kann nichts mehr nachkommen dann kann unser Fließgewässer das hier ins Grundwasser rein ragt geeignet sein und je nachdem wie weit das rein ragt und wie viele solche Fließgewässer es in den jeweiligen Grundwasserleiter gibt um den auszutrocknen dann fließt also so lange der Fluss bis der Grundwasserleiter so weit leer ist dass eben kein Grundwasser mehr da ist was noch ins Flussbett rein ragt und in dem Moment ist der Fluss ausgetrocknet und das ist jetzt natürlich außerordentlich relevant für einmal die Landschaftsökologie schlicht und ergreifend für den ganzen Naturhaushalt wenn der Fluss auf einmal ausgetrocknet ist und kein Baum der in der Nähe vom Fluss steht der es normalerweise gewöhnt ist mit den Wurzeln ins Grundwasser zu reichen und 365 Tage im Jahr perfekte Wasserversorgung zu haben auch wenn er als Laubbaum die wahrscheinlich nicht das ganze Jahr über braucht ist egal jedenfalls das kann dann gravierende Auswirkungen haben und zum Beispiel ein großflächiges Waldsterben entlang vom Ufer von diesem Fluss verursachen alternativ kann dieser Fluss halt eben durchaus als wichtige Wasser Schifffahrtstraße also Wirtschaftsfaktor zum Beispiel die nehmen wir mal an das wäre der Rhein bei dem ist es nämlich so der infiltriert sein Grundwasser und reduziert damit eben auch die Grundwasserhöhe insbesondere im Sommer wenn im Sommer nämlich der Rheinpegel massiv sinkt was er tut dann sinkt auch das Grundwasser der Umgebung immer mehr ab und jetzt haben wir im Fall vom Rhein um da mal darauf einzugehen eben den Sonderfall dass der Rhein gar kein echter richtiger natürlich entstandener Flussmeer ist sondern durch Tuller begradigt worden ist das war so ein Militäringenieur der der Meinung war es hätte viele wirtschaftliche Vorteile den Rhein ganzjährig und bequem befahrbar zu machen weshalb man in einer riesigen Bauleistung den kompletten Rhein quasi in den Kanal verlegt hat so dadurch also das war damals eine gute Idee und ich möchte dem Herrn Tuller auch keinen Vorwurf machen das hätte er wirklich zum aktuellen Stand des Wissens damals nicht wirklich vorhersehen können was das für Auswirkungen hat heute und er ist ja nach wie vor auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor der Rhein das will ich ja auch gar nicht in Frage stellen aber dadurch dass der Rhein jetzt erheblich mehr Wasser transportieren kann über eine erheblich kürzere Strecke weil er jetzt keine 834 Kurven mehr macht sondern die meiste Zeit gerade ausfließt hat sich die Fließgeschwindigkeit des Wassers im Rhein drastisch erhöht und damit kann der Bodensee schneller leer laufen wir hatten ja schon drüber geredet rekordniedrige Pegelstände in den letzten Jahren im Bodensee zweitens ist das Wasser im Rheinbett also im Flussbett schneller unterwegs und wenn es schneller unterwegs ist hat es eine höhere Erosionswirkung bedeutet es schabt seinen eigenen Boden den eigenen Flussboden immer schneller weg schafft immer schneller Sand vom Oberverlauf des Rheins in den Unterverlauf des Rheins oder hin bis rein ins ins Meer letzten Endes und das führt dazu dass das Bett des Rheins immer tiefer wird dadurch hat er nicht automatisch mehr Wasser aber er gräbt sich immer tiefer ein in die Landschaft so und jetzt je tiefer der sich eingräbt jetzt guckt nochmal auf unser Bild da könnt ihr euch vorstellen wenn wir jetzt unser Oberflächengewässer hier ganz tief in unser Grundwasserleiter eingraben lassen dann ist unser Oberflächengewässer ruckzuck in der Lage unseren Grundwasserleiter bis soweit wie es sich halt eingegraben hat zu entwässern das geht dann wirklich ganz ganz schnell und sorgt dafür dass unser wirklich hier sehr großer und relevanter Grundwasserleiter sehr schnell entwässert wird und dann ist das Grundwasser weg und mit Maßnahmen wie der Rheinbegradigung kriegt man so einen massiven Rückgang des Grundwassers des Levels des anstehenden Grundwassers um ein zwei Meter innerhalb von 100 Jahren hin und so allmählich ist jetzt der Punkt erreicht wo der Rhein tatsächlich so viel Grundwasser abgeführt hat dass die Rhein begleitenden Wälder und da haben wir an genau dieser Stelle bei meinem Jahresrückbrick Videos schon häufiger drüber geredet oder die Neckar begleitenden Wälder oder Main begleitenden Wälder dadurch dass sie normalerweise noch als die Bäume jung waren die sind ja locker mal älter als 100 Jahre sie noch ein ganz anderes Grundwasserniveau gewöhnt waren als heute herrscht wo die begradigten Flüsse immer mehr sich in ihren Grundwasserleiter reinschneiden und immer mehr von dem Grundwasser sozusagen mitnehmen und ab ins Meer damit und das führt dazu dass wir also massives Waldproblematiken entlang der großen Flüsse bemerken können da Überschwemmungen auch weitgehend ausbleiben weil die kanalisierten Flüsse ja nicht mehr vorgesehen sind dass die mal über die Ufer treten und wenn es doch passiert dann ist eine Katastrophe zu Recht es ist ja auch eine Katastrophe und ich will niemanden habe großes Mitgefühl mit jedem dessen Keller unter Wasser steht aber deswegen ist es halt trotzdem so dass wir hier massives Terraforming betrieben haben ohne zu wissen was das für Konsequenzen haben wird damals und wir alle feuchtfröhlich neben den Fluss gebaut haben oder zumindest viele von uns ich hocke ja auch neben dem Fluss allerdings dankenswerterweise auf einem 12 Meter hohen Granitfelsen dass der Fluss jetzt 12 Meter Hochwasser bekommt unwahrscheinlich daher ist das noch relativ sicher aber ansonsten ist es generell eine relativ blöde Idee aus heutiger Sicht wenn man es dann heute weiß und sich einen Bauplatz aussuchen kann was die meisten von uns natürlich nicht können neben den Fluss bauen doof wenn man es vermeiden kann wie gesagt und ja also das ein ganz ganz wesentlicher Punkt der mal völlig unabhängig vom Klimawandel hat damit überhaupt nichts zu tun ja allein dadurch dass sich unsere Flüsse tiefer in die Landschaft schneiden entwässern sie unser Grundwasser und da kommt natürlich trotzdem noch erschwerend wir können so tun das würden wir ignorieren aber er ist trotzdem da eben doch der Klimawandel dazu und die Niederschläge die das Grundwasser wieder auffüllen könnten fehlen halt und selbst wenn es wieder aufgefüllt wäre wäre es egal weil damit steigt automatisch sofort auch der Pegel vom zum Beispiel rein und damit transportiert er in der Menge Wasser ab wie eben gerade gefallen ist und das ist sofort wieder weg und nichts davon wird gespeichert das heißt die Speichergröße nimmt auch ab wir können gar nicht mehr so viel Grundwasser im Rheintal sozusagen haben wie wir früher haben konnten weil der Rhein immer tiefer wird so gut das sind so die wesentlichen Sachen und die Verbindung bzw. Vereinigung zweier Grundwasserleiter die wir hier sehen können das kann halt auch sehr interessant werden wenn dann halt beim einen Grundwasserleiter mal das Wasser völlig fehlt dann fließt der andere in den anderen aber dann ist da gar kaum noch Wasser vorhanden dann reicht möglicherweise auch der Druck der Wassermassen nicht mehr aus um das ganze weiter zu transportieren und dann fehlt wieder woanders das Grundwasser es ist also durchaus eine recht komplexe Angelegenheit und wie komplex das begreift man wahrscheinlich wirklich nur wenn man Hydrologe ist aber für Feldwald und Wiesen Interessierte und Bach in diesem Fall reicht das glaube ich an dieser Stelle aus das System einigermaßen verstanden zu haben jetzt habe ich noch ein paar schockierende Zahlen Beispiel Nordrhein-Westfalen da haben wir ja aus unseren Dürrekarten vielleicht noch eine Erinnerung dass Nordrhein-Westfalen so eine der Ecken ist die ziemlich früh im Jahr zum ersten Mal seit was weiß ich wann vollständig dürrefrei gewesen sind da hat es also so richtig richtig viel geregnet ich bin da auch sehr viel nass geworden wenn ich da war und man könnte jetzt meinen da ist so richtig Land unter und das muss doch toll fürs Grundwasser gewesen sein und hier kommt jetzt aber Faktor Zeit zum Tragen dass es eben wirklich sehr sehr lange dauern kann bis das Grundwasser wieder aufgefüllt ist und da reicht also selbst ein ganzes Jahr mit ordentlich ergiebigen Regenfällen was dann der Bevölkerung auch ordentlich auf den Keks gehen dürfte immer noch nicht aus nämlich ich zitiere noch tiefer als die landwirtschaftlich nutzbare Bodenschichten liegt das Grundwasser dessen Pegel reagiert mit einer noch größeren Verzögerung auf Regenfälle entsprechend deutlich sind die vergangenen Dürresommer dort noch erkennbar 59% der Grundwassermeldestellen des Lahnhof das Lahnhof ist das Landesamt für Natur Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen zeigen Ende Oktober ein Defizit an bei 14% der Messstellen war der Pegel niedrig bei 8% gar sehr niedrig und bei weiteren 4% so niedrig wie noch nie in einem Oktober gemessen das sind Daten aus dem letzten Oktober also Oktober 2023 ja und das finde ich ist schon ziemlich aussagekräftig Nordrhein-Westfalen ist ein Bundesland mit ziemlich gemischten Böden da ist von allem was dabei es gibt also Böden die Grundwasser schnell weiterleiten es gibt Böden die Grundwasser langsam weiterleiten es gibt vor allen Dingen gerade auch sehr gute Böden insbesondere im Rheinischen Schiefergebirge die Grundwasser nur sehr langsam weiterleiten und daher eben auch Trinkwasser Qualität sicherstellen da gibt es ja diverse Trinkwasserspeicher also Trinkwasser Seen sogar Stauseen im Rheinischen Schiefergebirge Siegerland Sauerland sowas in die Richtung die hervorragende Wasserqualität haben wo man quasi direkt aus dem Stausee trinken könnte beziehungsweise das Wasser aus dem Stausee als Trinkwasser in die entsprechend vielen Haushalte Nordrhein-Westfalens weiterleiten kann also ich will jetzt gar kein NRW-Bashing betreiben aber es ist nun mal das bevölkerungsreichste Bundesland mit der größten pro Kopf Einwohner Dichte pro Fläche und da ist das schon so dass trotz der Tatsache dass es so richtig viel geregnet hat ist eben halt noch hinten und vorne nicht reicht um da wirklich von Entwarnung sprechen zu können und ja ein paar Pegel sind wieder ganz okay aber ja Entwarnung ist wirklich viel zu früh gegriffen jetzt ist natürlich seit Oktober dann noch viel mehr runtergekommen klar aber auch das das wird noch dauern bis das unten ankommt und vielleicht kann man dann sicherlich schon irgendwo von Entwarnung reden aber nochmal so eine Dürrekatastrophe und es haben sich vorher nicht mal alle Pegel erholt würde dann schon zu noch viel größerem Defizit beim Grundwasser führen zumal wir auch nicht vergessen dürfen dass in der Dürre erheblich mehr Grundwasser verbraucht werden muss weil die Landwirtschaft muss gießen und das Wasser muss gießen wo kann das nur herkommen aus dem Grundwasser zur selben Zeit in Niedersachsen nein eben nicht zur selben Zeit zugegeben noch ein bisschen später das heißt wir haben noch etwas mehr Wasser insgesamt gehabt was da angekommen ist aber Niedersachsen insbesondere der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft Küsten und Naturschutz von dem kenne ich sogar inzwischen ein paar Mitarbeiter persönlich sehr kompetente Leute haben diese tolle Online Karte hier herausgegeben wo man sich als geneigter Bürger informieren kann wie denn aktuell so der Pegelstand der Grundwassermessstellen in Niedersachsen so ist das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her ich habe die Aufnahme weiß ich nicht vor circa einer Woche vor der Aufnahme also bevor ich hier einquatsche gemacht das heißt es dürfte vielleicht noch mal ein Ticken mehr geworden sein aber ja allzu große Unterschiede wird es wahrscheinlich nicht geben weil das dauert ja alles bis das versickert ne und hier können wir jetzt sehen dass tatsächlich die Grundwassersituation in Niedersachsen sich vollständig erholt bis hin zu überschritten hat ja also wir haben eher zu viel Wasser ja Überraschung steht ja auch alles unter Wasser beziehungsweise stand bis vor kurzem alles unter Wasser da ist es dann schon so dass die das was man sehen kann nämlich Überschwemmung soweit das Auge reicht die nur sehr langsam abfließt und das was die Daten sagen durchaus übereinstimmt ja und Niedersachsen hat natürlich auch nirgendwo mehr irgendeinen Dürreffekt im Boden da muss man auch sehr lange auf dem Dürremonitor suchen um da noch irgendwas zu finden es gibt halt nichts wir können höchstens noch einige Bereiche finden wo vielleicht ein Hauch von Trockenheit herrschen könnte im Windschatten des Harzes ne der aus unten rechts hier Nordhausen Halberstadt da dazwischen die grüne Fläche das ist der Harz allenfalls aber da das jetzt hier gar nicht groß drin ist beziehungsweise da eben keine Messstellen liegen die hier bemessen wurden wissen wir das nicht also das wäre das höchste der Gefühle so warum hat jetzt in Niedersachsen das Grundwasserproblem so schnell aufgehört während in NRW das Grundwasserproblem noch immer ja ein Problem tatsächlich ist das liegt halt an den eben angesprochenen Bodenverhältnissen Niedersachsen ist ein Sandkasten und Sand wie wir ja auch schon geklärt haben hat halt einen ganzen Haufen Grobporen das bedeutet dass das Wasser hier sehr 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 schnell versickert und dementsprechend auch schnell unten ankommt und damit der Speicher schnell wieder aufgefüllt wird ihr könnt sehen es ist bei da jeweils nebendran also oben rechts die Legende Grundwassermeldestellen N gleich 161 das bedeutet es sind 161 Meldestellen und dann kann man hier drunter sehen Höchstwert überschritten bei N sehe ich das richtig 86 das heißt 86 von 161 die Grundwassermeldestellen da sind die weit über dem was da eigentlich normalerweise reinpasst sozusagen sehr hoch noch bei 56 und dann kommen nur noch ein ganz paar die hoch bis normal sind und es gibt quasi gar keine wo momentan noch wenig Wasser drin wäre und das ist dann schon sehr 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 aussagekräftig und das erklärt natürlich auch warum ganz Niedersachsen gefühlt ganz Niedersachsen weitgehend unter Wasser gestanden ist ja wenn das Grundwasser schon mehr als übervoll ist dann kann es halt auch nirgendwo hinfließen wenn es dann weiter regnet und Oberflächenwasser einfach nach unten nicht wegfließen kann in einer Landschaft die normalerweise von der Ökologie her vom Naturhaushalt her darauf ausgelegt ist das Wasser da sehr schnell versickern kann weil ja alles Sandboden ist ja und das ist ein Faktor der wird uns einfach in den nächsten Jahren mit Sicherheit häufiger erwarten dass wir derart extreme Wetterereignisse bekommen dass einfach nichts mehr reicht und die natürlichen Systeme die ja seit Jahrhunderten und Jahrtausenden einigermaßen funktioniert haben wobei Flüsse wie die Leine schon immer überflutet wurden das ist ganz normal das sind die Anwohner auch gewöhnt aber in diesem Ausmaß ist es halt eben nicht mehr normal und diese extremen Ausmaße die sind werden wahrscheinlich das neue normal werden und solche Maßnahmen die wir hier jetzt gesehen haben zum Küstenschutz und Versagen der Politik wenn man das dann so nennen möchte oder zumindest die große Schwierigkeit da dann den Leuten noch zu helfen das wird immer mehr ein Thema werden weil irgendwann gibt es fast in jeder Region Deutschlands Umweltkatastrophen und man müsste in jeder Region Deutschlands jetzt jede Menge Geld in die Hand nehmen um den Leuten zu helfen vor kurzem das Ahrtal jetzt eben fast komplett Niedersachsen und so weiter und so weiter und noch Teile von NRW und wo das Hochwasser überall gewesen ist ich will das jetzt gar nicht noch weiter aufbauschen aber das wird normal werden dass Naturkatastrophen jede Menge Geld kosten und so langsam wird sichtbar was meine Kollegen aus der Prognosewissenschaft zu Klimafolgeschäden schon seit Jahrzehnten sagen dass die Kosten die der Klimawandel verursacht konkrete Kosten durch Schäden durch Extremwetterereignisse bei weitem um das Zehnfache um das Zwanzigfache um das Hundertfache je nachdem wie lange man in die Zukunft prognostiziert die Kosten einer noch so teuren Energiewende übersteigen werden das heißt es ist scheißegal wie viel die Energiewende kostet die kann das Dreifache von dem kosten was momentan gerade prognostiziert ist es ist immer noch um Welten billiger als ein ungebremster Klimawandel es sei denn für denjenigen der zufällig Glück hat und auf irgendeinem Granitfelsen über dem Fluss hockt wo die Wahrscheinlichkeit dass das Haus weggeschwemmt wird relativ gering ist davon abgesehen ist nur Miete also wäre auch nicht so schlimm gut aber schwarzer Humor jetzt beiseite soviel zu dem Punkt also es gäbe jetzt noch viele schöne Zahlen über die man sich Sorgen machen könnte aber eine glaube ich ganz wichtige ist die hier dass wir seit 2000 also nach Christus durchschnittlich pro Jahr zweieinhalb Kubikkilometer Wasser verloren haben das macht uns zu den Top Wasserverluststaaten weltweit und das entspricht in 20 Jahren etwa dem Bodensee das heißt vor vier Jahren ist der Bodensee ausgetrocknet also rein statistisch gesehen und natürlich über Gesamtdeutschland verteilt und nicht wirklich der Bodensee aber einfach nur damit man eine Vorstellung hat wer mal am Bodensee war und da mal übers Wasser geguckt hat weiß der ist scheiße riesig und der ist auch ordentlich tief und das führt dazu dass das schon eine Menge 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 Wasser ist was uns da abhanden gekommen ist abgesehen davon dass es zu wenig geregnet hat hat das noch andere Ursachen und eben die Temperaturen zu hoch sind und zu viel Verdunstung und so weiter und so fort aber einige der Ursachen die diskutiert werden die habe ich jetzt mal hier aufgeschrieben das sind nämlich einmal die begradigten Flüsse da haben wir ja schon drüber geredet dann die Entwässerungsmaßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft außerdem die Flächenversiegelung und der massive Rückgang der Moore wobei das mit den Mooren muss man sagen eine sehr langfristige Angelegenheit ist dass wir kaum noch Moore haben ist ein Prozess der es geht schon seit Jahrzehnten vielen Jahrzehnten dass das immer weniger werden und immer mehr Moore entwässert werden und eigentlich nur noch ein ganz paar Moore Reste die inzwischen fast alle unter Naturschutz stehen so sie dann irgendwie bedroht sind noch existieren aber es gibt einige Flächen wo man im Grunde das Moor wieder herstellen könnte und das werden auch eben die Gegenmaßnahmen nämlich einmal Hochwasserretentionsräume schaffen dann Gräben zuschütten womöglich Schwammstädte und ähnliches bauen und Moore renaturieren das wollen wir jetzt im Einzelnen nochmal ein bisschen besprechen also Entwässerungsmaßnahmen in Land- und Forstwirtschaft das läuft schlicht und ergreifend so ab du hast eine große weitgehend ebene Fläche so auf der sammelt sich entsprechend viel Niederschlag dieser Niederschlag versickert nicht allzu tief weil relativ bald eine Grundwasserstauschicht ansteht und das Wasser sammelt sich also im Boden tatsächlich das sorgt dafür dass der Boden sehr schnell sehr matschig wird und ja dann ist er nicht mehr zu befahren weder mit Forstmaschine im Wald noch mit landwirtschaftlicher Maschine auf der landwirtschaftlichen Fläche und das führt dazu dass so ein Boden damit quasi unbewirtschaftbar wird und dagegen hat man im Laufe der letzten Jahrzehnte was unternommen und das führt wiederum dazu dass das Wasser jetzt durch Gräben die man dann einfach in die flache Landschaft zieht überall einen tiefsten Punkt der Landschaft findet der viel tiefer ist als ursprünglich vom Wasserhaushalt der Natur vorgesehen in diesen Graben ruckzuck alles rausfließt was sich an Wasser auf der Fläche gesammelt hat und als Oberflächenwasser sofort in den nächsten Bach der nächste Bach in den nächsten Fluss und mit dem nächsten sehr schnell fließenden weil begradigten Fluss ab ins Meer und weg ist es das ist also wirklich ein riesen Einflussfaktor vermutlich jetzt habe ich bei Lösungsansatz hingeschrieben Gräben zuschütten wo möglich dummerweise ist das halt eben in vielen Fällen gar nicht unbedingt möglich also erstens ist Gräben zuschütten viel schwieriger als Gräben ausbuddeln weil ausbuddeln da kannst du mit dem Bagger kommen gräbst einen Graben verteilst die Erde großflächig über Nacker oder wo auch immer und schwuppdiwupp ist der Graben da willst du den Graben zuschütten musst du von irgendwo Material einkaufen Material herfahren Material in den Graben kippen und da braucht man nicht gerade wenig Material das ist also wirklich einfach sauteuer muss man erstmal bezahlen können ist so ähnlich wie überall Wärmepumpe einbauen wäre fürs Klima schön kann man aber entweder als Volkswirtschaft nicht wirklich bezahlen dass jetzt einfach jedes Haus eine Wärmepumpe bekommt das gibt ja niemals irgendwie der Staatsetat her der ist ja sowieso knapp genug wie wir in den letzten Monaten gelernt haben und sinnvoll wäre es eigentlich kann aber halt kein Mensch bezahlen das gleiche ist eben auch bei Gräben zuschütten das kannst du dem privaten Grabenbesitzer kaum zumuten dem jetzt eine Pflicht zum Graben zuschütten aufzuerlegen das könnte man also wenn überhaupt nur mit einer kleinen Summe aus öffentlicher Hand pro Jahr ein paar Gräben zuschütten und ja aber viel geht da nicht und das geht wenn dann auch nur langsam eben aufgrund der großen Kosten und momentan gibt es gar keine Bestrebungen in die Richtung da irgendwas zu machen auch wenn es durchaus helfen würde je nachdem wo der Graben verläuft und je nachdem wo man sich befindet das nächste Problem ist es gibt ja Gründe dass die Gräben angelegt wurden das hat den landwirtschaftlichen Ertrag erheblich erhöht schüttelt man die Gräben jetzt wieder zu verhindert man in manchen Fällen dass der Boden zu trocken wird in vielen Fällen erhöht man aber auch das Risiko dass der Boden wieder zu nass wird zu nass zum Befahren zum Beackern zum Bewirtschaften und dann haben wir wieder keinen Ertrag aus der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft auf der entsprechenden Fläche das heißt man holt sich das alte Problem weshalb der Graben überhaupt angelegt wurde wohl möglich auch teilweise wieder zurück deswegen schwierig keine einfachen Lösungen hier und nicht wirklich in Konsens weder in der Land- noch in der Forstwirtschaft das Graben zugippen irgendwas wäre was jetzt alle gut finden gar nicht aber tatsächlich sind die Entwässerungsmaßnahmen schon zu dem großen Teil dafür verantwortlich dass wir erheblich mehr Oberflächenabfluss bekommen haben und viel weniger Infiltration ins Grundwasser das ist es gibt keine genaue Zahl wie viel das exakt ausmacht jedenfalls habe ich keine gefunden aber das dürfte schon wirklich ein Einflussfaktor sein der nicht zu missachten ist für den es einen Lösungsansatz gibt das ist ja das nächste Problem dass es weniger regnet da können wir nichts dran ändern oder dass es netto tatsächlich ähnlich viel regnet wie früher auch schon aber in einer völlig anderen Verteilung dass mehr Niederschlag im Winter kommt weniger im Sommer und solche Sachen und mehr stark Niederschlag und weniger als langfristiger Niederschlag da hatten wir in den vergangenen Jahren auch schon häufiger drüber geredet in meinen jeweiligen Jahresrückblicken gut also das zu den Entwässerungsmaßnahmen eine Lösung nicht in Sicht Flächenversiegelung das ist quasi alles was wir zu betonieren das nimmt überhaupt kein Wasser mehr auf aber genauso schlimm fast genauso schlimm ist ein verdichteter Boden irgendein Schotterparkplatz zum Beispiel der ist genauso verdichtet wie wenn das Wald drauf ist auch da wird kein Wasser durchdringen um in Grundwasserreserve des Bodens vorzudringen es sei denn und da kommen jetzt technische Maßnahmen ins Spiel man kann sogenannte Infiltrationsbrunnen bauen ja das ist also quasi das Gegenteil von einem Brunnen mit dem man Grundwasser aus dem Boden holt sondern es ist einfach ein Schacht durch den Wasser ins Grundwasser abfließt aber wie ich ja schon angesprochen hatte da müsste man dann aufpassen wenn man Wasser infiltrieren lassen möchte durch technische Maßnahmen was schon geht ja also wenn du am tiefsten Punkt einer großen Betonwüste in der Stadt einen Infiltrationsbrunnen hinstellst ja und da wirklich einen ordentlichen Kanal sozusagen ins Grundwasser damit anlegst dann fließt natürlich sämtliches Wasser was in der Stadt fällt in den tiefsten Punkt über die Kanalisation also am tiefsten Punkt der Kanalisation so zum Beispiel den Infiltrationsbrunnen anlegen und das landet dann alles wunderbar im Grundwasser was vorher in der Kanalisation war sucht den Fehler wollen wir Kanalisationswasser im Grundwasser haben nein wollen wir nicht und drum ist auch das sehr sehr schwierig man kann zum Beispiel auch Sickerbeete verwenden Stichwort ist in diesem Zusammenhang Schwammstädte das habt ihr vielleicht schon mal gehört das ist moderne Stadtarchitektur moderne Landschaftsarchitektur wo man eben versucht Städte so zu gestalten dass sie mehr Grünflächen haben und die Grünflächen die da sind und manchmal auch die Ziegel die einfach als Bodenbelag verwendet werden Schlitze haben durch die Wasser versickern kann das kann man auch manchmal bei modernen Städten sehen wenn irgendwelche Bäume gefühlt mitten auf dem Beton wachsen oder mit einem winzig kleinen Loch im Beton das macht den Baum relativ schnell kaputt es sei denn die Steine die quasi um den Baum drumherum platziert sind haben Schlitze oder sonstige Öffnungen dass das Wasser durch die Steine eben versickern kann und der Baum dann irgendwie eine Chance hat trotzdem noch zu Wasser zu kommen im Boden direkt unter seinen Füßen beziehungsweise seiner Krone bei seiner Wurzel natürlich also das wären Möglichkeiten wo sich auch mit vergleichsweise vertretbarem Geldeinsatz einiges an Wasserinfiltration gerade im Stadtraum machen ließe aber ungeklärt bleibt halt das Problem mit dem Dreck den wir so produzieren dass der dann halt eben auch im Grundwasser landet also auch hier garantiert keine einfachen Lösungsansätze und billig ist das natürlich auch nicht so dann hätten wir den massiven Rückgang der Moore noch zuletzt zu beklagen wie schon gesagt das ist ein sehr langfristiger Prozess dass die Moore zurückgehen das ist ungefähr der Fall seit eigentlich immer seit wir mehr und mehr in der Lage waren auch eben Moore trocken zu legen und immer mehr landwirtschaftliche Flächen aus ehemaligen Moorstandorten zu machen das ist also so circa in den letzten 100 Jahren sind die letzten großflächigen so richtig großflächigen Moore verschwunden mein Vater war ja Moorforscher und der konnte quasi zu seiner Arbeitszeit dabei zugucken wie ein Moor in dem er gerade noch tätig war und Torfproben genommen hat Torfmoose analysiert hat und ähnliches 5, 6, 7 Jahre später war das Moor nicht mehr da also da konnte er wirklich dabei zugucken wie die Moorfläche gerade auch Niedersachsen ist eines der Bundesländer mit dem höchsten natürlichen Mooranteil hatten sie mal sie haben jetzt immer noch einen hohen Mooranteil aber längst nicht mehr so hoch wie der mal gewesen ist wie die Moore nach und nach immer mehr verschwunden sind teilweise auch abgetorft einfach durch Torfnutzung Torf ist ja bekanntermaßen hervorragender Dünger für Pflanzen und wird im Gartenbau teilweise auch in der Landwirtschaft wunderbar gerne verwendet das ist wirklich ein ganz tolles Material und sehr schwer zu substituieren wenn man die hervorragenden Torfeigenschaften irgendwie anders hinkriegen möchte geht zwar ist aber teurer und kommt nicht ganz an die Eigenschaften von Torfran was man da ansonsten machen kann zum Beispiel Kokosfasern ein Bettchen ein Pflanzbettchen zum verkleide Keimlinge aus Kokosfasern machen statt aus Torf kann man machen wie gesagt es kommt nicht an Torf heran habe ich mir sagen lassen aus der Pflanzenzuchtbranche und daher schwierig aber jedenfalls solche Gebiete wo wir eben eine Torfnutzung hatten abgetorfte Moore die kann man auch hinterher wieder wieder vernässen und dann eben ein paar Jahrtausende warten bis sich der neuer Torf gebildet hat etwa ein Meter pro tausend Jahre das heißt es ist begrenzt nachhaltig aber es gibt einen Wiederaufbau von Mooren und das ist übrigens auf was sich die Politik aktuell gerade auch groß vorgenommen hat die meisten Bundesländer sind ordentlich dabei ordentlich Geld auch dafür auszugeben die letzten großen Moorgebiete die es noch gibt zu renaturieren beziehungsweise den weiteren Abbau der vorhandenen Moore zu verhindern das ist übrigens gleichzeitig auch eine der besten Klimaschutzmaßnahmen die man so ergreifen kann weil es vergleichsweise wenig Geld kostet einen Moor wieder herzustellen und es in dem Moment wo es wieder hergestellt ist ein paar Jahre lang Methan emittiert ja das ist scheiße Methan ist ja 25 mal so schlimm wie CO2 circa als Klimagas aber nachdem es dann ein paar Jahre lang Methan abgegeben hat bis es dann wieder richtig wiedervernässt gewesen ist beziehungsweise bis es dann wiedervernässt sein wird dann beginnt es CO2 zu speichern und zwar im ordentlichen Umfang und vor allen Dingen in dem Moment wo das Moor wiedervernässt ist verhindern wir die weitere Ausgasung von CO2 und Methan beziehungsweise das bisschen was Methan mäßig dann noch ausgasst wird von der CO2 Absorption kompensiert das ist also eine der der besten Maßnahmen die man überhaupt nur machen kann wenn man sein Geld also irgendwie in Klimaschutz in Deutschland investieren möchte wäre es auch eine Möglichkeit sich vielleicht an irgendeinem freiwilligen Moorrenaturierungsprojekt was der Staat nicht sowieso schon vorgesehen hat zu beteiligen wohl möglich das ist also wirklich fast das sinnvollste Bäumchenpflanzen ist schön und gut da haben wir auch schon häufig drüber geredet Bäumchenpflanzen hat auch viele andere Vorteile aber wenn es um CO2 Speicherung geht ist Moorrenaturierung deutlich besser als irgendwo Bäume pflanzen in Deutschland wohlgemerkt im Ausland kann das effizient sein wenn da kein Schindluder getrieben wird und da muss man auch erstmal eine Organisation finden die das hinkriegt ohne Schindluder zu treiben gibt nicht so viel gibt ein paar ja so ja so viel dazu dann hätte ich jetzt noch glaube ich ein letztes Thema worüber ich noch geredet haben möchte und dann können wir es aber auch gut sein lassen so das ist jetzt wieder ein Zitat aus Wikipedia und da muss man dazu sagen von diesem Grundwasser von dem hier die Rede ist das ist der Anteil des Gesamtwassers auf dem Planeten der 0,004% vom Gesamtwasser auf dem Planeten der für den Menschen trinkbar beziehungsweise als Süßwasser eben nutzbar wäre das ist also wirklich nicht viel ein Großteil der Süßwasserreserven der Erde liegt halt in Form von Eis vor noch wenn das Eis geschmolzen ist ist das Süßwasser gar nicht mehr da aber dann ist es im Meer also das ist nicht schön dass das jetzt schmilzt toll dann haben wir mehr Süßwasser im Umlauf im Gegenteil haben wir erheblich weniger Süßwasser im Umlauf wobei das im Eis geschmolzene natürlich jetzt nicht wirklich im Umlauf ist gut aber egal jedenfalls von den 22,6 Millionen Kubikkilometern Grundwasser der oberen zwei Kilometer der Erdkruste sind etwa 0,1 bis 5 Millionen wohlgemerkt Millionen das ist schon eine Menge Kubikmeter jünger als 50 Jahre und das ist eben das Umsatzwasser und alles was älter ist ist großformuliert fossiles Grundwasser letzteres ist ein ganz wesentlicher Punkt auf den man immer mal wieder stößt wenn man sich mal mit Wassermangel auseinandersetzt wie viele Teile der Welt inklusive auch Deutschland da gibt es das auch inzwischen angefangen haben fossiles Grundwasser anzubohren und zu verwenden das Blöde bei fossilem Grundwasser ist halt dass das irgendwann mal im Boden eingelagert worden ist als eben geologische Zeiträume sprich als wir noch teilweise ganz andere Zusammensetzung der Erdkruste gehabt haben das kann also mitunter sein dass diese fossilen Grundwässer völlig abgeschlossen sind von irgendeiner Anreicherung durch irgendeinen Prozess außer den künstlichen den wir künstlicher beiführen aber da war mal kein Wasser übrig um fossile Grundwässer wieder aufzufüllen werden die nie wieder aufgefüllt das heißt es ist wie fossile Energieträger kannst du einmal verwenden dann sind sie weg bis in alle Ewigkeit und das ist bei fossilem Wasser genau so kannst du einmal verwenden dann ist es weg und das ist so ein ganz besorgniserregender Faktor wenn wir anfangen darauf angewiesen zu sein auch nur kurzfristig sagen wir mal jedes dritte Jahr im Sommer fossiles Grundwasser anzubohren um weiterhin unsere Landwirtschaft bewässern zu können was wir ja müssen wir müssen ja essen also das ist nicht das Problem dass die Landwirtschaft daran schuld ist sondern wir da wir essen wollen also bloß nicht in diesem Fall die Bauern hier verantwortlich für machen das heißt jetzt nicht dass ich die Bauernproteste super gut finde das heißt nur dass man dafür die Bauern nicht verantwortlich machen kann hier bitte kein politisches Statement rauslesen so aber was passieren kann wenn man dann mal anfängt solches fossiles Grundwasser anzubohren das sieht man dann schön in folgendem Diagramm und damit wollen wir dann auch schließen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und nicht vorhandener Nachhaltigkeit hat das nämlich wunderbar vorgemacht also die USA in diesem Fall den Ogallala Aquifer ein Aquifer ist ein Grundwasserleiter also das was wir bisher immer als Grundwasserleiter bezeichnet haben in der Fachsprache auch gerne Aquifer genannt oder Aquifers im Plural oder was auch immer ja Deutsch langsam lässt es nach ich bin hier schon eine Weile am Quatschen jedenfalls das Ding liegt in Texas ne Quatsch Kansas und ist in 15 Jahren um 25 Meter gesunken und das ist schon sehr beeindruckend und diese 15 Jahre war wohlgemerkt von 1984 bis 2002 also noch nicht mal rezent das ist ja mehr geworden die Nutzung dürfte sich noch weiter intensiviert haben und das ist eben ein weitgehend nicht regenerativer Grundwasserleiter der fossiles Wasser soweit ich das verstanden habe enthält und bedeutet wenn der mal leer ist, ist der mal leer und da gibt es ja wirklich jetzt auch schon Beispiele ohne dass ich da jetzt großartig noch weiter ins Detail gehen möchte gerade in den USA wo du Flächen hast die bisher noch bewässert worden sind und in den letzten Jahren immer mal wieder Flächen aufkommen wo man einfach nicht mehr bewässern kann weil der entsprechende Grundwasserleiter der zur Bewässerung gedient hat jetzt schlicht und ergreifend einfach leer ist und nicht abzusehen ist dass der jemals wieder voll wird das heißt es gibt eine gewisse Deserfikation also Wüstenwerdung in den USA weil die in der Lage sind und das auch tun eben vollständig ihre Grundwasserreserven die fossilen zu verbrauchen und dann haben wir da irgendwann wirklich Regionen in denen halt überhaupt kein Wasser mehr verfügbar ist außer es regelt jetzt gerade mal ein bisschen aber eine gewinnbringende verlässliche Landwirtschaft im Sinne von etwas worauf man sich verlassen kann dass das auch jedes Jahr funktioniert kannst du dann da nicht mehr haben also keine Unternehmensführung in dem Sinne dort mehr möglich und ja das geht in den USA langsam los weil die haben viel Platz und wie gesagt sie hatten die Möglichkeit das so zu tun es ist aber überhaupt nicht gesagt dass das bei uns nicht potenziell auch passieren könnte es gibt jetzt kein Naturgesetz das das verhindern würde dass das auch uns mal so weit geht also allmählich wird das Wasser wirklich ein Thema Wasser sparen in dem Sinne hilft natürlich nur dann wenn das Wasser auch gerade wirklich knapp ist wenn du jetzt also grundsätzlich immer nur die Stopp-Taste beim Klo spülen drückst dann kannst du das natürlich so machen und das senkt deinen persönlichen Wasser verbrauchen ist sicher nicht verkehrt aber solange wir gerade jede Menge Wasser haben zum Beispiel jetzt ist das vollkommen egal das ist dann das große Problem dass persönliches Wassersparen nur dann was hilft wenn es gerade knapp ist und wenn es gerade im Überfluss ist dann hilft es auch niemandem wenn du Wasser sparst und davon abgesehen Wassersparen hilft auch immer nur lokal wenn du also in Hintertupfingen Wasser sparst dann ist Untertürkeim trotzdem auf dem trockenen und hat nichts davon dass du in Hintertupfingen Wasser gespart hast wenn es gerade in Untertürkeim halt eben entsprechend knapp ist und ja das wollte ich an der Stelle einfach nochmal los geworden sein gut das war jetzt viel Blabla seid ihr ja gewöhnt für mich persönlich war das eine der spaßigsten Recherchen die ich in der letzten Zeit hatte das war für mich vieles auch neu habe auch sehr lange gebraucht um mich da ausreichend ins Thema einzuarbeiten um auf Fragen beantworten zu können das bedeutet wenn Fragen sind schreibt sie gerne in die Kommentare ich tue mein Möglichstes und ja jetzt bin ich ein bisschen schlauer und ihr vielleicht auch und damit sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal dann sicher mit einem etwas leichteren Thema macht's gut und immer schön die Stopp-Taste drücken beim Klogang zuh und für which MS ist das ist und hoffe und Keep Wie Ich